So Freunde, ganz zu Beginn kurz, der Galhenikus ist wieder da in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Eine alte, zwei neue, insgesamt 23 Inhaltsstoffe, drei davon patentiert. Auch unser Omega Backup ist zurück mit 120 Kapseln pro Dose oder im Drei-Dosen-Sparbandel, analog zum Magnesium. Plus, wir geben unsere besseren Konditionen beim Whey an euch weiter. Bedeutet, nach Rabattcode zahlt ihr pro Kilo bei uns nur noch 20,24 Euro. Wer also das Format hier supporten will, kann das mit dem Rabattcode Podcast gerne machen und so 10% auf den kompletten Warenkorb sparen. Das war es auch schon, gönnt euch reichlich und damit viel Spaß bei der Folge. Dann können wir wegen mir loslegen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ja, dann erstmal vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen, bei dir am Küchentisch. Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ja, wie geht es dir denn so nach der gefühlten Weltreise? Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Also mittlerweile geht es mir wieder gut. Mir ging es eine Zeit lang gar nicht so gut, aber jetzt Gott sei Dank bin ich am Regenerieren, sag mal so. Wann ging es dir denn nicht gut? Ging es in Spanien schon besser oder hast du das so mit rüber transportiert und mitgeschleppt? Also in Indien ging es mir schon von Tag 1 ab eigentlich nicht so gut. Da, glaube ich, hat aber mein Körper so noch ein bisschen das gut kompensieren können. So richtig schlecht ging es mir dann eigentlich im Rückflug von Indien nach Alicante. Da habe ich acht Stunden lang nur gebrochen dann. Also dementsprechend so ging es mir. Und dann in Alicante ging es mir eigentlich Tag zu Tag immer besser, aber es war auch noch nicht ganz gut leider. Ja, ja. Und jetzt ist es aber wieder top? Also top noch nicht. Ich brauche auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen, um mich davon zu erholen. Also mental geht es mir jetzt wieder besser, sage ich mal, weil das hat mich in Indien schon sehr mitgenommen. Aber körperlich brauche ich noch ein bisschen. Also ich merke schon, weil ich habe mir auf jeden Fall irgendwas eingefangen gehabt. Das heißt, es braucht, glaube ich, noch ein bisschen, bis sich das komplett regeneriert. Ja, mein Magen-Darm-Trakt, der hat gelitten. Das hört man, glaube ich, von allen, die mal dort waren. Der hat sehr gelitten. Also sowas hatte ich noch nie, sowas habe ich noch nicht erlebt, wirklich. Also ich hatte eine Woche wirklich Dauerdurchfall. Darf ich das jetzt sagen? Ja, natürlich. Darf ich sagen, was du möchtest. Du bist die Frau, also du gibst die Limits vor. Ja, also ich hatte wirklich, sowas habe ich noch nicht gehabt. Also so schlimm, von unten kam es mir noch nie raus. Ja, also so ging es mir da. Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Wollen wir den Indientrip mal als erstes Revue passieren lassen? Ich denke, das ist eine gute Idee, ja. Da habe ich einiges zu berichten. Warum geht man nach Indien für einen Bikini-Wettkampf? Ja, also... Das ist ja jetzt nicht so das typische Reiseziel. Nee, sicherlich nicht. Allgemein nicht und so für einen Wettkampf wahrscheinlich auch nicht so unbedingt dankbar, oder? Du, also muss ich ehrlich sein, das war rein strategische Entscheidung, weil ich mir im Vorfeld schon ein bisschen natürlich angeschaut habe, okay, wie schaut es denn aus dieses Jahr? Es wird auf jeden Fall nochmal schwieriger als letztes Jahr, sich zu qualifizieren. Das war mir klar, das war mir bewusst. Das heißt, ich musste irgendeinen strategischen Zug ziehen, um die Quali dann auch an Land ziehen zu können, weil, mein Gott, in Europa, das Feld ist sehr stark, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ja, deswegen habe ich mich dann entschlossen, hey, jetzt geht es nach Indien. Da fliegen halt nicht so viele hin. Einfach, weil auch die Reiseroute dementsprechend strapaziös war. Also muss ich auch sagen. Und ich habe ja das Wochenende zuvor noch mit meinen Mädels in Alicante den Wettkampf gemacht. Also drei meiner Mädels sind da gestartet. Also das war noch der Olympia-Amateur eben. Und dann bin ich direkt von Alicante 14 Stunden Reise nach Indien und dann auch wieder 14 Stunden Reise von Indien zurück. Und sowas hätte ich mir und meinem Körper definitiv nicht angetan, wenn ich mir nicht davon die Qualifikation versprochen hätte. Das heißt, das war halt, ja, eine strategische Entscheidung. Konntest du 14 Stunden durchfliegen dann von Alicante nach Indien oder? Nein, nein. Also ich bin über Rom geflogen tatsächlich. Also von Alicante ging es drei Stunden nach Rom. In Rom dann vier Stunden Aufenthalt. Und von Rom dann waren es, glaube ich, acht Stunden nach Neu-Delhi. Und da warst du schon am Wettkampfort, oder? Richtig. Ja, also der Wettkampf war direkt in Neu-Delhi. Ja, also ich bin schon dort angekommen, recht spät am Abend. Und das allererste, was mich wirklich schon sehr in die Idealität dort geholt hat, waren die Taxis. Ich habe keine Ahnung, du musst es alles erklären. Ich war noch nie in Indien. Ich sag's dir, ich habe, also mich hat es gewundert, dass das Taxi noch gefahren ist. Dass es überhaupt auf der Straße funktioniert hat. So alt quasi alles. Du, das war halb auseinander geflogen, das Taxi. Also auch beim Fahren, das war so, also das hat Geräusche gemacht. So was habe ich von dem Auto noch nicht gehört. So was hörst du in Deutschland nicht, ja. Also es war schon alleine die Anreise, also vom Flughafen dann zum Airbnb war, ja, ich habe gedacht, wir fliegen mit dem Auto jede Minute auseinander. So war das. Ich bin dann aber gut angekommen. Dann war ich vor einem total abgefragten Tor gestanden. Und da war dann so ein Sicherheitsmensch, der mich eben dann durchgelassen hat. Und der Mann vom Airbnb hat mich dann empfangen und hat mich dann zu dem Airbnb gelotst. Und da war schon dann die zweite Klatsche letztendlich in die Idealität von Indien. Also zunächst mal natürlich diese nasse oder feuchte Hitze einfach. Es war wirklich, und es war ja schon, ich glaube, ich bin um 22, 23 Uhr abends erst angekommen und es war da noch so heiß. Also du warst wirklich, du warst komplett nass und ich war nur fünf Minuten draußen. Und dann hat das halt einfach auch so ein, also dort stinkt es wie Toilette, wirklich. Also egal, wo du hingehst irgendwie. Ist auch egal, ob die Gegend besser oder schlechter ist, ist es wurscht? Oder ist alles so verhältnismäßig runtergekommen im Vergleich zu Deutschland? Also da beim, ja, definitiv, also das definitiv, aber da beim Airbnb war, es war schon Next Level. Also das war wie so ein, also Slum würde ich jetzt nicht sagen, weil ich war ja dann, den Tag nach dem Wettkampf war ich dann im wirklichen Slum. Aber das war jetzt schon jetzt nicht die reichste Gegend, würde ich behaupten. Und da, also da hast du auch keine geteerten Straßen mehr, sondern sobald du in dieses Wohnareal eigentlich kommst, ist da nur so Sandboden. Ja, und das sind dann überall so Pfützen, wo wirklich, also da sind Fäkalien drin. Und dementsprechend riecht es dann natürlich auch, wenn es dann auch noch so warm ist und das natürlich auch irgendwie verdunstet oder so. Also dementsprechend kann man sich den Geruch vorstellen. Also es war schon, ich habe mir gedacht, wo bin ich hier denn gelandet? Ja, der Mann vom Airbnb war unfassbar freundlich. Also das war eine Erfahrung, die ich definitiv dort gemacht habe. Die Menschen sind alle unglaublich nett und lieb. Als Europäerin bist du da wirklich die Königin. Hattest du Angst, weil du warst ja komplett alleine und man hört von Indien ja immer auch so Show-Stories. Also habe ich zumindest schon mitbekommen, gerade für die Frauenwelt. Und wenn man da komplett alleine unterwegs ist, weiß ich nicht. Du bist glaube ich da so ein bisschen offen und mutig. Aber ich stelle mir das trotzdem schwierig vor als Frau allein unterwegs in Indien. Also ich muss schon sagen, dass ich das Ganze im Vorfeld unglaublich unterschätzt habe. Das muss ich leider schon sagen. Dadurch hat es mich, glaube ich, auch so kalt erwischt, weil ich habe damit einfach gar nicht gerechnet. Ich hatte jetzt erstens, also zuerst nächstes Mal hatte ich keine Angst, weil ich, wie gesagt, mit dem Ganzen, was umherum war, gar nicht so gerechnet habe. Und ich mit dem Mann vom Airbnb vorher ja schon sehr viel Kontakt hatte. Das heißt, der hat sich vorher schon als wirklich sehr vertrauenswürdig erwiesen. Da hatte ich jetzt keine Angst. Der hat mich auch ganz zuverlässig in das Airbnb begleitet, hat mir alles gezeigt und so. Und dann war ich ja erst mal angekommen. Der hat mir dann auch geholfen, direkt Lebensmittel zu bestellen, weil es ja auch sehr spät war und ich musste noch mal essen. Das heißt, ja, dort ist es dann recht einfach, an Lebensmittel zu kommen, weil die das alles liefern. Und das geht auch rund um die Uhr? Das geht rund um die Uhr. Also das war dann auch innerhalb von 30 Minuten, war das da, was wir da bestellt haben. Nicht alles, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, also das war irgendwie, ich habe zweimal bestellt und jedes Mal war irgendwie die Hälfte nicht da. Bezahlt man das dann und das kommt dann einfach nicht? Ja, das bezahlst du trotzdem und das kommt dann einfach nicht. Ja, deswegen, ich hätte ja eigentlich Eier benötigt und die waren dann eben nicht da. Weshalb ich am nächsten Morgen direkt losgegangen bin und mir gedacht habe, hey, jetzt besorgst du deine Eier, wow. Und da war dann das dritte, schlimmste eigentlich, also eigentlich das schlimmste Erlebnis, wenn ich jetzt so zurückdenke, was ich dann dort hatte. Weil ich bin dann einfach, ich habe halt im Google Maps, wie immer, wie ich das jedes Mal mache, eingegeben, Supermarkt in der Nähe suchen. Und dann wird ja der Nächste angezeigt. Das war auch nur, ich glaube, 20 Minuten Fußweg oder so. Habe ich gedacht, hey, machst du das jetzt mal? Und der Weg hat durch so einen Park geführt. Bin ich durch den Park gegangen. Und ja, dann waren da auf jeden Fall Kinder, also obdachlose Kinder, einfach auf Plastiktüten gelegen, die da geschlafen haben in dem Park. Und das war einfach das Schlimmste, was ich in meinem Leben bis dato gesehen habe. Also das war echt. Da hast du auch alle mitgenommen. Also du hast da noch echt die Kamera draufgehalten, also jetzt nicht auf die Kinder, aber du bist ja dann schon so emotional geworden. Ich habe mir dann schon im Nachhinein gedacht, so oh Mann, das war jetzt eigentlich nicht so toll, dass ich jetzt diese Kinder da gezeigt habe. Aber ich habe in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht. Das hat mich einfach so überfordert, dass ich das direkt zeigen wollte, weil ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen. Und ich hätte schon wieder daran gedacht, es ist echt schlimm. Ich glaube, das geht mir auch so nah, weil ich einfach selber einen Sohn habe. Und wenn ich mir überlege, die waren ja nicht älter als vier, fünf Jahre. Einfach obdachlos zu sein. Also wenn ich mir überlege, mein Sohn mit vier, fünf Jahren, wie abhängig der von mir war. Sind die ja eigentlich auch. Also die bräuchten auch eine Bezugsperson, haben aber niemanden und liegen auf der Straße rum. Und die waren einfach in dem Park gelegen, wie gesagt, auf Mülltüten und haben dort geschlafen. Das hat mich so überfordert. Also zu dem Zeitpunkt war eigentlich für mich erstmal der Trip echt gelaufen. Wie viele Tage war das vor dem Wettkampf? Weil du bist ja in der Stresssituation sowieso. Körper ist am absoluten Maximum, was so die Belastung geht. Und schüttest dann wahrscheinlich nochmal schön Cortisol aus und stresst dich noch mehr rein in die Lage. Das war echt, ja. Also das war der Mittwoch und am Sonntag war ich auf Samstag oder Sonntags, weiß ich es gar nicht mehr. War ich auf der Bühne. Nee, war Sonntag. War Sonntag. Sonntag war ich auf der Bühne. Na, parallel war ja noch ein anderer Wettkampf hier. Tim war doch noch parallel, oder? Richtig, nein, es war Sonntag, genau. Und Mittwoch, das war Mittwochmorgen. Bist du dann nochmal raus danach? Weil ich denke mir, das gibt ja auch irgendwie so eine Realitätsklatsche dort in dem Land. Also als ich das gesehen habe, ich habe Kehrt gemacht. Also ich habe auch, ich habe meine Eier ganz vergessen. Ich hatte das gar nicht mehr im Kopf. Ich bin einfach nur wie in Trance echt zurückgelaufen, weil ich mir gedacht habe, wo zum Geier bin ich hier denn gelandet? Ich konnte noch nichts mehr machen. Ich war dann daheim im Airbnb. Ich habe mich erstmal ins Bett gelegt und habe erstmal geweint, weil mich das so überfordert hat. Und dann ist mir auch im Nachhinein erst, also dann habe ich mich beruhigt gehabt. Dann ist mir im Nachhinein auch erst aufgefallen, okay, einfach ist es hier einfach so dreckig. Ich wollte auch gar nichts mehr anfassen. Also das Waschbecken, das kann man sich nicht vorstellen. Das war so schmutzig alles, dieses Airbnb. Und es war eigentlich gut bewertet. Also ich habe ja schon auf die Bewertungen geachtet. Es war eigentlich gut bewertet. Dann weißt du, wie der Rest aussieht wahrscheinlich. Korrekt. Also es war eigentlich jetzt auch nicht, ich habe nicht das Billigste genommen. Wirklich nicht, weil ich mir gedacht habe, hey, ja, also schaust du schon, dass das ganz gut ausschaut. Weil da waren noch billigere Airbnbs. Da gab es dann gar keine gescheite Toilette in dem Airbnb. Da gab es nur so ein Loch im Boden. Dann habe ich mir gedacht, okay, das nimmst du jetzt nicht. Also du möchtest schon eine Toilette zumindest haben. Also ich habe schon noch darauf geachtet, dass es eigentlich ein gutes Airbnb war. Und selbst das war eine Katastrophe. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich schaffe das hier nicht. Kannst du mal Zahlen raumschmeißen? Also was kostet jetzt einen Tag Airbnb in Indien? Wenn es schon wirklich, wir reden ja von gehoben eigentlich ist. Gehobenes Airbnb. Ich habe 50 Euro die Nacht gezahlt. Das ist ja Airbnb, das ist schon krass. Wenn du jetzt in Deutschland unterwegs bist, 80 Euro für ein Hotel, da hast du schon ein richtig gutes Hotel. Korrekt. Also wenn du dir überlegst, 50 Euro die Nacht. Ja, ja. Also das war schon, ja, wo ich mir gedacht habe, okay, also dafür hast du 50 Euro die Nacht. Alles klar. Also es waren dann, glaube ich, 300 Euro oder so. Und dann habe ich direkt geschaltet und habe mir gedacht, okay, du schaffst das hier nicht. Also das geht einfach nicht. Also auch die Klimaanlage war, ich war dann nur in einem Zimmer, wo die Klimaanlage einigermaßen funktioniert hat. Aber es war mir generell einfach auch zu warm. Also es war immer noch 30 Grad in der Wohnung und zum Schlafen ist mir das einfach, das war mir zu warm. Also normalerweise ist mir das egal, aber halt nicht vom Wettkampf. Da muss man schon schauen, dass es einem einigermaßen gut geht. Das heißt, ich habe dann direkt dem Veranstalter geschrieben, weil der mir im Vorfeld schon gesagt hat, hey, möchtest du ins Hotel? Ich habe mir nichts dabei gedacht. Wie gesagt, ich war da ein bisschen blauäugig, was das Ganze anbelangt. Hättest du ins Hotel gehen können, auch auf Kosten des Veranstalters oder mit Rabatt oder irgendwie sowas? Nein, leider nicht. Meine Frage wäre jetzt so gewesen, wieso geht man in ein Airbnb? Man hätte sich ja jetzt auch ein Hotel nehmen können. So, jetzt ist die Frage natürlich, kann das bei dir ganz schwer einschätzen jetzt? Ist es so dieses, ich will einfach die Experience mitnehmen oder ist Geld der Faktor? Oder ist es eine Mischung oder wie war das? Nee, also ich bin eigentlich lieber im Airbnb, weil ich da die Möglichkeit habe, selbst zu kochen. Und das ist halt… Sarah war ja auch dort. Richtig. Und die war ja im Hotel, wenn ich mich richtig erinnere. Die hat sich auch ein bisschen besser vorbereitet, muss ich zugeben. Du bist blauäugig reingegangen wahrscheinlich. Ich bin ein bisschen zu blauäugig da reingegangen. Also im Nachhinein habe ich das auch definitiv so reflektieren können. Aber generell bin ich eigentlich viel lieber im Airbnb vor dem Wettkampf als jetzt in irgendeinem Hotel, weil da habe ich meine eigene Küche. Küche, was ich jetzt dort hatte, kann man das jetzt auch nicht nennen. Deswegen war es eigentlich dann kupferkechtelt. Aber ich bin dann direkt ins Hotel und habe dann da halt das Doppelte gezahlt. Also dann waren es halt 600 Euro für die Nächte, die ich dann noch da war. War es mir aber definitiv wert, weil da war es dann zumindest so, dass man… Also man kann es sich wirklich wie abgeschirmt vorstellen, weil du kriegst da von dem Äußeren gar nichts mit, weil du hast da einen Gym drinnen. Du kannst dort eben an Buffet dann deine Sachen holen. Da habe ich dann auch nichts mehr bestellen müssen oder so. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt eh nur noch Eier und Gurke eigentlich gegessen. Ich hatte nur noch ein bisschen Whey und Reisflocken mit dabei von mir. Auch zu schlecht vorbereitet. Ich hatte auch keine Reiswaffeln zum Beispiel dabei, die ich die ganzen Tage wirklich händringend gesucht habe. Gibt es dort nicht. Aber dort gibt es nicht mal Reiswaffeln. Ich bin dann auf so diesen Puffreis umgestiegen, der halt ohne Salz war. Das hat man dort bekommen. Aber Reiswaffeln gibt es dort einfach nicht. Aber da musst du irgendwie den Puffreis, keine Ahnung, reinschütten in den Mund oder mit einem Löffel essen ohne Wasser. Ich habe den einfach trocken mit einem Löffel dann gegessen vor dem Wettkampf. Da ist so eine Reiswaffel schon irgendwie Luxus. Es ist eher, wirklich, ja. Du hast ja als Bikini hatten eh nichts mehr. Nee, du hast es eh nicht viel. Es ist ja so Wasser und Brot, so gefühlt wie im Klast. Korrekt, ja. Aber also nur Ei und Gurke esse ich normalerweise jetzt auch nicht vom Wettkampf. Also das muss ich jetzt auch sagen. Das heißt, das war schon sehr spartanisch. Aber es war das Einzige, was ich überhaupt bekommen habe, was noch, ja, was irgendwie vertretbar war. Weil ich habe mir dann im Vorfeld ja auch noch Hähnchen bestellt gehabt. Das habe ich aufgemacht. Das hat einfach vergammelt gerochen. Das konntest du ja dann auch nicht essen. Wie sind die Preise für Lebensmittel in Indien? Sportbillig. Sportbillig. Aber du kannst halt leider auch, wenn man so hört, nichts damit anfangen. Also wenn das Hähnchen kaufst und das Billige ist so schön und gut. Aber wenn es irgendwie riecht, als wäre es schon fünf Tage drüber. Ja, also ich habe dann auch versucht, Hähnchen und Zucchini noch zubereiten zu lassen. Und dann hat mir, also ich habe dann so zwei Hotelangestellte gehabt, die waren so lieb. Und mit dem habe ich mich so ein bisschen angefreundet. Und die hatten halt eine Mikrowelle. Und da haben die mir mein Sach immer auch warm gemacht, was ich halt benötigt habe. Und den habe ich dann auch, das Hühnchen, was ich noch hatte, was noch gut war. Das habe ich aber aus Alicante noch mitgebracht gehabt. Wie hast du das mitgebracht? Tief gefroren. Ah, okay. Und es hat gehalten, ja? Ja, ja. Also das mache ich öfter, dass ich wirklich tiefgefroren die Lebensmittel mitnehme. Aber ich hätte natürlich alles viel besser vorbereiten können, wenn ich das gewusst hätte. Aber ich habe es ja nicht gewusst. Und also das Hühnchen konnte ich noch verwenden und habe das aber dann mit Zucchini, die ich dort bestellt habe, also frisch, die Zucchini da reingeschnippelt und habe das halt dann denen gegeben für die Mikrowelle. Und dann hat mir der zurückgebracht und hat gesagt, da sind Würmer drin. In der Zucchini waren einfach Würmer drin. Und der hat mich noch, also für die ist das offenbar wirklich normal, weil der hat mich noch gefragt, ja soll ich nur die Stellen, die Würmer drin haben, soll ich die raus machen und alles an, die ihnen wieder bringen? Ich so, nee, schmeißen Sie das bitte weg, um Gottes Willen. Ich möchte das wirklich nicht essen, ja. Ach Gott, also das war ja wirklich. Und ab dem Zeitpunkt, da war es mir dann auch einfach dauerhaft so übel. Ich weiß es nicht. Das schlägt auch einfach richtig, das hat mir so richtig auf den Magen geschlagen. Hat er nur der Eindruck, oder ging es da schon los mit, du hast wahrscheinlich irgendwas Schlechtes gegessen? Ich glaube, ich habe mir von Anfang an dann da durch das Wasser was eingefangen, weil... Ich wollte gerade fragen, was war jetzt so das, was dir das Genick gebrochen hat am Ende? Kann man es überhaupt sagen? Ich glaube, es war das Wasser, weil das war ja das Einzige, was ich da dann konsumiert hatte im Airbnb. Der Mann hat mir zwar versichert, es war so ein großer Wasserkontainer, der Mann hat mir zwar versichert, da wird Trinkwasser reingefüllt, aber ich habe das am Abend vorher gar nicht gesehen, weil es ja schon dunkel war. Aber am Morgen, als es dann hell war und ich alles gesehen habe, habe ich schon gesehen, also dieser Tank an sich war halt von außen, von innen, ich weiß es nicht. Aber von außen war der schon so schmutzig. Also wenn ich das gesehen hätte, hätte ich daraus glaube ich auch nicht getrunken, aber ich hatte ja auch keine andere Wahl, weil ich hatte nichts, ich musste irgendwas trinken. Und ich hatte auch noch zwei Liter offen. Das heißt, ich musste das trinken und ich glaube, das war das Wasser, was mir dann von Anfang an, weil es ging ja dann wirklich schon, es ging Dienstagnacht ging das ja dann schon los mit der Misere. Und ab dem Zeitpunkt habe ich das auch nicht mehr losbekommen. Also ich hatte Dauerdurchfall und es ging mir eigentlich jeden Tag auch schlechter. Also körperlich sowie mental, weil als ich dann da in das Hotel auch reingegangen bin, es ging mir dann zwar einfach so vom Umfeld her besser, aber ich habe mich noch schlechter gefühlt, weil auch mein Gewissen einfach so, es war so schlimm für mich zu wissen irgendwie, ich bin jetzt hier im Hotel und hier ist halt Klimaanlage und Spa und Gym und alles voll schön und so richtig abgeschirmt eben von der Außenwelt. Und draußen weiß ich, dass die Kinder einfach auf der Straße liegen. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, du wärst direkt vom Flughafen in die Örtlichkeiten gekommen, dann hättest du das jetzt nicht so mental aufgesaugt erstmal. Also wahrscheinlich ging es der Sarah besser. Ich denke schon. Also ich glaube, die hat sich da einfach von vornherein besser abgeschirmt, schätze ich mal. Also wir wissen das ja alle, also jemand, der jetzt die Augen nicht verschließt, wir wissen alle, da geht es vielen Menschen nicht so gut. Aber sie juckt uns ja jetzt so in unserem Alltag hier auch dann nicht so wirklich. Und wenn du es nicht siehst, mal nicht live miterlebst, dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, da gebe ich dir recht. Aber dadurch, also es war das erste Mal, dass ich das erleben musste, durfte, wie auch immer. Also im Nachhinein bin ich schon dankbar, auch für diese Erfahrung. Aber es war das erste Mal, dass ich auf einem Wettkampf war und ich war einfach vom Kopf her ganz woanders. Also ich habe den Fokus von dem Wettkampf total verloren. Also ich war nur noch da und mein Kopf war irgendwie, oh Gott, wie schlimm ist das und was ist da und wie geht es den Leuten draußen. Und also das war das Einzige, wo du mir überlegen konntest, habe ich mir den ganzen Tag nur den Kopf drüber zerbrochen. Okay, wie kann ich hier helfen? Ich habe mir, also es kamen Gedanken in mein Kopf wie, ich habe zu Hause so viel Platz, lass einfach die Kinder mitnehmen. Was natürlich utopisch ist, aber das war, also wie gesagt, der Wettkampf war dann für mich irgendwie in so weiter Ferne. Das war das erste Mal, dass ich das erfahren durfte, weil sonst, ich bin wirklich zu tausend Prozent da, wenn es um den Wettkampf geht. Und es war das erste Mal, dass ich so total vom Fokus abgeschweift bin. Ich habe dann eben versucht, mich wirklich zusammenzureißen und am Wettkampftag war es dann natürlich auch, also da war es richtig gut. Also es war alles okay. Ich habe mich einfach gesammelt und habe das Ganze wirklich ausgeblendet und war dann auch da. Aber es war einfach irgendwie ständig so eine innerliche Traurigkeit über das Ganze da. Wie warst du körperlich? Warst du in Topform, würdest du sagen? Nee. Nee? Ist ja dann trotzdem irgendwie beeindruckend, weil es hat dafür trotzdem dann gereicht, dass die Olympia-Quale jetzt in der Tasche ist. Ja, also da bin ich auch echt sehr dankbar dafür. Stell dir mal vor, du wärst jetzt nachher mit nichts nach Hause gekommen, so sportlich vom Erfolg her, wärst nach Alicante. Hast du dir auch nur den dritten gemacht? So, dritter Platz ist geil, keine Frage, aber es ist halt so irgendwie der zweite Verlierer. Ja. Weil du halt nichts hast eigentlich so. Kriegst ein bisschen Geld wahrscheinlich, wenn du überhaupt kriegst du noch Geld für den dritten Platz in Alicante? Ja, schon, aber das waren jetzt... Das sind Tropfen auf dem heißen Stein, das ist, was du ja auch an Ausgaben hast, wenn du auch unterwegs bist. Also, weil das wird ja auch immer irgendwie dann gegengerechnet und Dollar, das waren 500 Dollar eben jetzt in Alicante dann für den dritten Platz. Das waren, glaube ich, noch 350 Euro oder sowas. Das ist ja... Also jetzt vergleichbar mit den, also mit den Kosten, die du dann da irgendwo hast, ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, wie du eben erwähnt hattest. Wie war der Wettkampf an sich? Wie war der organisiert, wenn du das mit einer europäischen Show vergleichst? War das gut? War das schlecht? War das mittelmäßig? Also an sich muss ich sagen, die Messe, die da war, die war wirklich beeindruckend. Die sind ja voll Bodybuilding-verrückt in Indien, habe ich gehört. Also David Hoffmann war schon mal dort, der hat auch Probleme gehabt mit Verdauung. Hat er mir erzählt, ich habe ihn getroffen in Alicante, hat mir das erzählt. Ich habe Videos noch im Kopf, als er bei Wader war damals und der war auch im Hotel nur, glaube ich, und hat sich Room Service einfach geholt und trotzdem Probleme bekommen. Ja, ja, ja. Also es ist dort fast unvermeidbar. Also selbst wenn du Zähne putzt mit dem Leitungswasser... Solltest du nicht machen? Solltest du ja auch nicht machen. Ja. Auch wenn du duschst und mal ein bisschen was in den Mund kommt oder irgendwie. Also selbst das ist ja schon ein Risiko, dass du dir irgendwas einfängst. Also man muss da einfach so vorsichtig sein. Ja, also der Wettkampf, wie gesagt, also die Messe war wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Und die Leute, die dann da auch waren, ich war ja einen Tag vorher schon da, um die erste Schicht Tunning zu bekommen. Also als Europäerin, du bist da, also die schauen dich an. Das ist schon fast unangenehm. Die sehen ja sowas nie. Das ist wirklich schon fast unangenehm. Du bist die Attraktion überhaupt. Und das ist dann das Nächste, was mir dann wieder so ein schlechtes Gefühl irgendwo gegeben hat, weil ich mir gedacht habe, okay, nur weil ich jetzt weiß bin. Du bist ja weiß und bist noch brünett, sage ich jetzt mal. Jetzt die Sarah und die Larissa waren ja, glaube ich, auch da. Die sind ja noch blond. Ich glaube, die werden nochmal krasser angeguckt, weil blond kennen die ja gar nicht. Das ist ja für die so. Habe ich mal im Fernsehen gesehen, wenn überhaupt. Ja, also du bist da wirklich wie eine Königin. Also auch im Hotel merkt man das. Du wirst wie eine Königin behandelt. Da hatte ich eine total lustige, lustige in Anführungsstrichen Begegnung mit einer Dame, weil du bist da auch nirgends alleine. Also im Spa ist jemand, also im Saunabereich ist jemand, der praktisch dir die Handtücher gibt, den Bademantel gibt. Im Gym ist immer jemand. Also du bist da nirgends alleine. Da ist überall Personal. Und dann war ich am Mittwoch, war das dann, als ich angekommen bin, also einfach um runterzukommen, auch ein bisschen, weil ich wirklich war so unter Strom, bin ich dann in die Sauna noch gegangen, um einfach ein bisschen zu entspannen. Und das war für mich auch eine seltsame Erfahrung, weil die Dame, die dann da war, die Angestellte, die hat mir eben das Handtuch gegeben, den Bademantel gegeben. Wollen Sie Wasser? Die hat mir das Wasser gegeben. Also wie ein Kind letztendlich. Und dann habe ich mich danach abgeduscht. Dann hat sie mich gefragt, ob sie mich waschen soll. Okay. Ich so, nein danke, das schaffe ich alleine. Und dann bin ich, und dann bin ich raus und dann habe ich mich abgetrocknet. Dann hat sie mir die Bodylotion hingestellt und hat gefragt, ob sie mich eincremen soll. Aber ist das bei denen, also man hat ja, meine Freundin sitzt in der Kamerad, deswegen Lisa guckt immer da hin. Ist das bei denen, ist das bei denen Service, weil es zum Service dazugehört? Weil ich kenne das, wenn du in einem anderen Land bist, viele arbeiten halt auch für Tipp, also für Trinkgeld. Meinst du, konntest du das irgendwie rauskristallisieren, ob das jetzt einfach Nettigkeit ist oder du bist halt, wer du bist und siehst so aus, wie du aussiehst und hast vielleicht ein paar Euros übrig. Ja, also ich denke schon, dass die da. Also ich weiß es nicht, es ist jetzt so reine Spekulation. Ich war selbst noch nie in den. Nee, also da wirst du in dem Hotel überall so behandelt, wie als wärst du eine Königin. Also ja, und mir war das dann richtig unangenehm, weil ich stand ja da nackt. Und sie fragt mich, ob ich sie mich eincremen soll. Ich so, ich war total überfordert. Ich habe zuerst gefragt, wie bitte? What, what? Und dann hat die mir noch mal gesagt, also ob es mich eigentlich so, bitte nicht, also wirklich nicht. Ich schaffe es alleine, Dankeschön. Also ja, also so ist es da, so wirst du da behandelt oder gesehen. Und ja, also das ist total, das war eine total Überforderung für mich. Das ist echt komisch, ne? Ja, ja, also jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Wettkampf an sich von der Organisation, man kennt das ja auch nicht nur in Europa, aber wahrscheinlich auch in Amerika. 16 Uhr geht es los, 19 Uhr sind die ersten immer noch nicht dran und du wartest dann bis 21 Uhr. Wie war das so von den Zeiten? Haben die das hinbekommen? Also das war ähnlich, muss ich sagen. Das ist eigentlich, also es gab jetzt wenige Wettkämpfe, wo ich war, wo nicht Verspätung war. Was war der beste Wettkampf, auf dem du warst, wo du gesagt hast, das hat wirklich hingehauen, so zumindest nahezu? Olympia und Arnolds tatsächlich. Ja? Ja, also das war auf die Minute. Um 16 Uhr Stage Time, 16 Uhr stehst du auf der Bikini. Ist ja eine Kunst beim Olympia, wenn du überlegst. Wie viele Bikinis war dir letztes Jahr? 52. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Ja, also das waren die beiden, also Arnolds auch, ne, auf die Minute, also. Arnolds UK war das so. Aber ich schätze mal, weil die natürlich auch, das wird ja live im Fernsehen übertragen bei denen, soweit ich weiß. Ja. Ich glaube schon. Und eventuell deshalb, also. Dann musst du. Ja, ja, dann musst du. Dann musst du am Start sein. So am Fußball, kannst du nicht sagen, wir pfeifen mal. Richtig, ja. Also ansonsten, Organistisch war es eigentlich ganz gut, ne, also da kann ich mich überhaupt gar nicht beschweren. Das war wie sonst, wie überall auch, ne. Ist das ein Faktor bei euch Bikini-Athletinnen? Die Verspätung, die dicken Jungs, die sind dann irgendwie morgens eigentlich am besten und dann zieht sich das immer weiter in den Abend rein und dann müssen die gucken, dass sie voll bleiben und nochmal eine Mahlzeit. Äh, dicker Bauch, ist das bei dir ein Faktor oder ist das eigentlich relativ wurscht so? Also ich sag mal so, es ist eigentlich relativ egal, ob da jetzt, ob du jetzt zwei Stunden vorher oder zwei Stunden später auf der Bühne bist, das spielt eigentlich weniger eine Rolle. Ich meine, in meinem Fall ist es eh zumeist so, dass ich am Wettkampftag gar nichts zu essen habe. Das heißt, ja, vielleicht mal eine Reiswaffe knabbern oder sowas, ne. Ja, ein paar Brustreis knabbern, in dem Falle. Das heißt, es wird halt natürlich von Stunde zu Stunde unangenehmer, weil du halt einfach ein Loch im Bauch hast, wenn du bis 16, 17, 18 Uhr teilweise nichts isst, ne. Ja, ähm, ein bisschen nachtrinken, dass du halt aufpasst, dass du jetzt nicht zu hart wirst irgendwie. Da musst du natürlich schon schauen, aber ansonsten spielt es jetzt keine große Rolle. Also es ist, wie gesagt, nur vom Wohlfühlfaktor. Es ist halt schöner, wenn du früher dran bist, weil du dann nicht so lange hungern musst. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so schlimm. Das Einzige, was ich sagen muss, was mich schon wieder echt schockiert hat, war das Tunning. Also das war echt ein Witz. Dafür, dass es Protan war, ne. Warst du, also einen Tag vorher eben, hat es die erste Schicht Farbe gegeben, ne. Das mache ich immer gerne so bei Protan, weil die ja so einen Basecoat haben und dann einen Topcoat eigentlich. Und der Basecoat sollte schon einen Tag vorher eigentlich aufgetragen werden, weil der so schön nachzieht über Nacht und du dann schon mal nachdunkelst. Was bei meiner Hautfarbe echt wichtig ist. Ich meine, ich habe jetzt immer noch ein bisschen Farbe drauf, ne. Du bist weiß, weiß, ja. Aber ich bin halt wirklich wie so. Also so schaue ich aus. Ja, so schaue ich aus. Das heißt, für mich ist es wichtig, dass ich da schon mal über Nacht nachdunkel, weil sonst bin ich einfach immer zu hell. Das ist schlimm bei mir. Ich brauche mindestens drei, vier Schichten, sonst bin ich zu hell. Jedes Mal. Und da war einfach auch vergleichbar jetzt zu den Männern, was mich auch so ein bisschen enttäuscht. hat, muss ich sagen. Was man halt dort auch merkt, so irgendwie die Männer scheinen doch ein bisschen mehr wert zu sein als die Frauen dort. Weil ich meine, für die Frauen war, genauso wie meine Küche hier jetzt, ungefähr so groß war der Backstage-Bereich für alle Frauen. Alle Frauen. Wie viel wart ihr? Gut, wir waren nicht so viel, aber es waren ja auch noch die Wellnessklasse da, die Figurklasse war ja auch noch da und so. Waren Amateure und Profis an einem Tag? Und Profi, glaube ich, nur Wellnessklasse. Entschuldigung, wir waren ja nur Bikinis. Wir waren nur Bikinis. Ja, ja. Und dann war Mensch-Physik bei den Männern, oder? Aber die Bikinis waren, glaube ich, noch, der Pro-Qualifier war ja vorher noch und Wellness, nee, Wellness war einen Tag zuvor, aber Bikini war noch da. Also wir waren gar nicht so viele Frauen, aber trotzdem muss man sagen, es war halt ein Raum für alle. Und da war ja der Tunning, war in dem Raum drinnen, in der Mitte. In der Mitte waren drei so wie so Bierbänke aufgestellt, bloß ein kleiner. Und da war das Tunning. Das war der Tunning-Service. Da waren dann eben diese Schalen auf den Bänken aufgestellt. Und die erste Schicht, vermeintlich, war auch nur mit so einem Schwamm. Also da waren dann drei kleine Inderinnen, die dich mit dem Schwamm, du standest nackt in der Mitte dieses Raumes, alle anderen waren außenrum. Und da denkst du dir so, eh auch schon so, oh, voll angenehm hier, toll. Und dann waren drei Inderinnen um dich rum und haben dich mit diesen Schwämmen eingerieben, mit der Farbe. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und die konnten das offensichtlich dann auch nicht so gut, oder? Weil das machst du so eigentlich nicht. Nee, also das machst du so nicht. Aber dann, also da war ich schon zur Hälfte getunnt, hat dann die eine Dame, die Chefin des Tunnings, wie auch immer, oder die, die halt den Ton angegeben hat. Ja, die es am besten konnte von denen, die es nicht können. Korrekt. Ja, richtig. Die dann gesagt hat, oh, da ist ein Fleck, oh, da ist ein Fleck. Die stand einfach nur so daneben und hat nur gesagt, da ist ein Fleck, da ist ein Fleck. Das war ihre Aufgabe. Supervisor. Korrekt. Tunning-Supervisor. Ich habe dir dann gesehen, mein Armband ist gelb, weil die Amateure haben ein oranges Armband bekommen und die Profis haben ein gelbes Armband bekommen. Hat gesagt, oh, she's a pro. Ich so, yes, I'm a pro. Und sie sind so, ah, die Pros bekommen Spray Tunning. Ich so, oh, das ist aber gut zu wissen, nachdem ich jetzt von der Hälfte des Körpers schon diesen komischen Rieb bekommen habe. Super, vielen Dank. Und dann haben sie auf einmal das Zelt geholt und eine Sprühmaschine. Und jetzt kommt das Witzige, das hat dann nochmal eine halbe Stunde gedauert und dann kam irgendeine neue Dame. Und wahrscheinlich haben die irgendwie gesucht, okay, wer traut sich das zu, Leute, wer traut sich das zu? Wir haben einen Profi hier, einen freiwilligen Profi. Irgendjemand muss diese Sprühmaschine bedienen, wer möchte das gerne tun? Und dann hat sich die wahrscheinlich gemeldet, keine Ahnung. Die mit den größten Eiern hat gesagt, gib die Verdi-Maschine, ich mache das. Alles, auf geht's. Und die hat dann vorher, also die hat das in ihrem Leben noch nicht gemacht, weil die hat dann vorher so auf ihre Hand ausprobiert, so. Ah, okay. Dann hat sie es nochmal hier so. Okay, gut. Dann hat sie mich so angeschaut, so. Okay. Und dann hat sie von unten angefangen, hat sie irgendwie ein linkes Bein gemacht, dann mal rechtes Arm, so. Okay. Und dann machen wir noch den Bauch ein bisschen. Okay. Und die eine stand wieder daneben, hat gesagt, ah, okay, hier ist ein Fleck, da ist ein Fleck. Und dann habe ich gesagt, sie müssen das mit der Rolle machen, also wenn da ein Fleck ist, sie müssen das mit der Rolle machen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wir haben ja gar keine Rolle. Wir haben nur Schwämme. Ja, ja, die haben nur Schwämme gehabt. Ich so, okay, na gut, weiter geht's. Gut, ich möchte einfach nur nach Hause. Machen Sie jetzt, bitte. Ich möchte doch bloß die Olympia-Kollegen. Ja, genau. Ich möchte doch bloß jetzt einfach bitte wieder ins Hotel nach zwei Stunden, bitte. Und dann sind die anderen Profis auch schon gekommen, die halt die erste Schicht Farbe wollten. Ich war irgendwie die Erste, warum auch immer. Ja, also das war wirklich. Besser gewesen, du wärst die Letzte gewesen, hätten sie ein bisschen üben können. Dann hätten sie wenigstens Übung gehabt. Nee. Also das war wirklich eine halbe Katastrophe. Ich sah aus wie ein Scheckenpferd, ne? Wie ein Dalmatiner. Eigentlich beantwortet sich die nächste Frage von alleine. Ich habe vorhin gesehen, also heute ist Sonntag. Die Nadine Huber hat quasi in der Nacht ihre Qualifikation für eine Olympia in Montgomery, Alabama geholt. Und ich habe einen Kommentar von dir gelesen, du hast geschrieben, smart move. Ja. Jetzt sagen ja viele, schön war es in Indien, hast dir einen einfachen Wettkampf rausgesucht, dass du die Olympia-Quali bekommst. Was antwortest du denen? Was jetzt so schon rüberkam, ist glaube ich sehr deutlich, nämlich, dass es jetzt kein Walk in the Park war, wie man so schön sagt. Also ich bin ja eine sehr ehrliche Persönlichkeit. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, das war jetzt ein schwieriger Wettkampf. Also definitiv nicht. Von der Konkurrenz her. Von der Konkurrenz her war es jetzt, weil ich meine, die Einzige, die ich jetzt im Vorfeld als Konkurrenz auch angesehen habe, war die Alison Testo. Die hat sich halt das Gleiche gedacht. Hey, flieg mal nach Indien, hol mal die Quali, wird easy. Scheiße was. Hat sie halt mit mir nicht gerechnet. Aber da habe ich mir schon gedacht, okay, die Alison war jetzt sonst, also mit der bin ich dieses Jahr schon auf zwei Wettkämpfen, glaube ich, gestartet und die war jedes Mal hinter mir. Deswegen habe ich mir da jetzt auch nicht so große Sorgen gemacht, aber da kann immer was passieren, weil die war natürlich auch schon das Öftere bei Olympia. Das heißt, das war jetzt die Einzige, wo ich mir gedacht habe, okay, die war jetzt eine Konkurrenz für mich. Und ansonsten, die anderen habe ich mir im Vorfeld natürlich schon angeschaut, die waren, ich glaube, die eine, die Alessia Fatschin, eine Italienerin, die hat sich auch in den USA schon des Öfteren ein bisschen besser platziert gehabt. Da habe ich mir auch gedacht, okay, ich weiß nicht, wie die kommt, aber Sorgen habe ich mir jetzt da nicht gemacht. Das heißt, ich war mir eigentlich schon recht sicher, dass das für mich, glaube ich, ganz gut ausgeht. Weil sonst, wie gesagt, hätte ich mir das alles gar nicht angetan. Deswegen doch, es war auf jeden Fall jetzt kein europäischer Wettkampf, wo jetzt die Konkurrenz wirklich heftig krass ist. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich habe es schon verdient, jetzt da die Olympia wieder mitmachen zu dürfen. Ich habe mich ja in Europa auch schon gut platziert. Und es war für mich halt jetzt auch die schnellste Lösung, weil ich hätte jetzt auch weitermachen können. Ja, und hätte mir sicherlich bei irgendeiner europäischen Show die Quali schon geholt. Aber ich meine, ich bin jetzt auch wieder auf PrEP seit letztes Jahr oder seit diesem Jahr im Januar. Guck mal, Olympia war im November. Richtig. Also ich habe nach Olympia noch mal Prag gemacht, habe dann nur Dezemberpause gemacht und habe mich dann seit Januar ungefähr wieder vorbereitet auf die Arnolds, weil ich gesagt habe, ich mache das, ja, das heißt, es war mir schon wichtig, dass ich jetzt einfach auch erstens mir den Druck mal rausnehme, dass ich die Quali jetzt einfach mal habe, weil jetzt kann ich halt auch von einem ganz anderen Standpunkt aus agieren. Ich kann sagen, wenn es mir gut geht, wenn ich mich regeneriert habe, wenn ich Bock habe, mache ich noch Wettkämpfe, aber ich muss nicht. Und mein Körper hat es auch jetzt gebraucht, dass ich einfach mal ein bisschen wieder Pause machen darf. Das heißt, aus dem Grund habe ich das halt auch so beschlossen, das so zu machen. Wenn du dir andauernd den Kopf zerbrichst, ob du dich richtig ernährst, ob dein Training gut ist, wie es vorangeht, dann kann ich dir eine gute Lösung anbieten. Im Garnicus Coaching kümmern wir uns darum. Wir erstellen einen auf dich angepassten und optimierten Trainings- und Ernährungsplan und begleiten dich im Coaching jeden Tag. Wir sind immer für dich erreichbar, du kannst alle Fragen stellen, die du hast und wir passen das Coaching auf deine Bedürfnisse und deinen Alltag an. Wenn sich das gut anhört, dann klick gerne auf den Link in der Beschreibung, buche ein unverbindliches Erstgespräch mit mir. Wir tauschen uns zusammen über deine Situation und deine Ziele aus und schauen, wie wir dir bestmöglich weiterhelfen können. Ich freue mich, von dir zu hören. Wie würdest du, ich habe das neulich den Maschi gefragt, in Bezug auf Thailand, wie würdest du den typischen Inder vom typischen Deutschen unterscheiden? Was sind die Unterschiede zwischen den Kulturen und den Persönlichkeiten an sich? Du hast ja doch eine Woche dort verbracht, oder? Also, ich meine, so viele Inder habe ich jetzt nicht kennenlernen dürfen, aber die Inder, die ich kennengelernt habe, sind bei dem, was sie haben eigentlich und bei dem, was sie leisten, so einfach so, so fröhlich und glücklich. Und hier sind die Menschen, also, oh Mann, ich habe anstatt 40 Paar Schuhe nur 30, oh Scheiße, jetzt geht es mir schlecht, so ungefähr. Und die haben dort einfach viel weniger und sind aber viel glücklicher und einfach so höflich und hilfsbereit. Also, sowas habe ich noch nicht erlebt, weil, was für mich auch einfach ganz wichtig war, ich habe halt dann geschaut, okay, wie kann ich einfach noch wenigstens ein bisschen helfen? Klar, es waren Tropfen auf den heißen Stein, auch hier wieder, aber ich habe dann für mich einfach schon die Tage immer wieder ganz viel an Lebensmitteln bestellt, ins Hotel bestellt, bestellt, bestellt und habe halt mein ganzes Hotelzimmer voll gemacht, um das dann eben einen Tag nach meinem Wettkampf, wenn ich halt free bin, verteilen zu können. Na, und da habe ich aber Hilfe gebraucht, weil mich viele auch gewarnt haben, Lisa, du kannst nicht alleine auf die Straße gehen und diese Sachen verteilen, mach das bitte nicht, weil das ist gefährlich. Und das habe ich natürlich auch ernst genommen. In welcher Hinsicht gefährlich? Was haben die gesagt? Was ausgeraucht? Was passiert da? Ja, ja, also, da wurden mir Horror-Sorys erzählt von... Im Endeffekt machst du ja was Gutes, die müssen ja auch froh sein, dass jemand da ist, der hilfsbereit ist. Ja, aber zunächst mal ist es auch schwierig, in diese Slums reinzukommen, also... Aber du wolltest dann direkt in die Slums, nicht so... Ja, aber ich wollte halt dahin, wo die Hilfe benötigt wird, ne? Und da, wo die meiste Hilfe benötigt wird, sind diese Slums und da wollte ich unbedingt hin, aber da kannst du als Europäerin einfach nicht einfach so reingehen. Und da wurden mir auch Horror-Sorys erzählt von, du wirst dann da betatscht von oben bis unten oder halt auch mitgenommen oder... Also, da weiß man ja nicht. Also, ich kann nicht einfach alleine als Frau und auch noch als Europäerin da irgendwie auf die Straßen und das Sachverteilen. Das heißt, ich brauchte Hilfe und ich habe dann einfach einen Hotelmitarbeiter gefragt, der mir eben im Vorfeld schon geholfen hat, immer mein Sach warm zu machen. Und der hat dann gesagt, ja, ja, gar kein Problem, er organisiert uns den Fahrer und er weiß auch, wo wir da eben hin müssen, ne? Und der musste tatsächlich auch vorher bei Slums anrufen, also, weil anscheinend die Regierung, die wirklich, also absperrt, ne? Dass man da überhaupt reinfahren darf dann. Und er hat dann das organisiert und hat mir dann da geholfen, auch die ganzen Sachen einzukaufen und so weiter, ne? Ja, und also, der war auch einfach so unfassbar hilfsbereit und freundlich, das ist Wahnsinn. Und, ja. Da war es im Slum und da war es nochmal heftiger, oder? Also, das war nochmal eine andere Nummer, muss ich sagen. Also, ich bin, wie gesagt, so glücklich, dass ich das alles gesehen habe, jetzt im Nachhinein. Weil, wie gesagt, also, das, was wir hier haben, das sind halt einfach keine Probleme, ne? Wenn du da Familien siehst, die einfach unter Teppichböden, also, die haben einfach Teppiche über so Stangen gehängt und das war ihr Zuhause, ja? Ja, und dann ist ja Indien auch ein Land, wo es echt viel regnet, oder? Also, geregnet hat es jetzt nicht, aber es war so heiß, also, als ich jetzt da zum Beispiel am Montag draußen war, war es, glaube ich, 47 Grad. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also, es war wie in einer Sauna. Ja, ich, also, mir ging es dann auch vom Kreislauf her irgendwann richtig schlecht, weil ich war da ja fünf Stunden unterwegs und das Taxi hat auch keine, oder, also, wo wir da gefahren sind, der Fahrrad, der hatte keine Klima und nichts, ne? Es war echt heftig. Und der Hotelmitarbeiter hat mir erzählt, eine Woche vorher waren es teilweise 60 Grad, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, 60 Grad. Und da waren dann auch so Warnungen anscheinend auf dem Handy. Bleiben Sie daheim, Vorsicht, Hitze, Hitzeschlag und so, ja? Aber diese Leute, die wohnen unter dem Teppich. Also, wo sollen denn die hin, bitte schön? Bleiben Sie unter Ihrem Teppich, da ist dann anstatt 60, 70 Grad oder wie. Also, das ist total lächerlich, ja? Gut, da regnet es jetzt nicht viel, aber wenn es da regnet, dann tut es da schon mal was runter an Wasser vom Himmel. Ja, das weiß ich nicht, also, das war ihr Zuhause. Du lebst in der Bademann, nachher, quasi. Und, ja, die Leute, die haben einfach nichts, aber zum Beispiel die Kinder auch, und das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil die kennen halt nichts anderes. Und die waren so dankbar und süß und aber glücklich. Die haben so gelacht und haben sich so gefreut, dass ich da war und dass die da was bekommen haben und so. Also, das ist mit hier nicht zu vergleichen, ne? Also, jetzt muss ich auch mit meinem Sohn mal vergleichen, ne? Also, der wünscht sich zum Geburtstag einen E-Roller, ne? Und ich kann ihn den einfach kaufen für 400 Euro. Aber das ist für ihn, also, er hat sich natürlich, er freut sich natürlich um Gottes Willen, er ist da total dankbar, aber... Ja, aber das, was im Kopf passiert, bleibt so dasselbe, wenn du dem kleinen Kind drei Eier gibst und das, was zu essen hat, passiert, glaube ich, so von der Hirnchemie dasselbe wie bei deinem Sohn, wenn er E-Roller bekommt. Ja, ja, richtig. Die sind halt komplett anders. Ja, ja, ja. Und aber nächste Woche sagt er mir, aber Mama, könnte ich vielleicht auch noch das bekommen und so, weißt du? Und dann denke ich mir so, boah, also, die Kinder hier sind halt echt, ist halt was anderes, ne? Als jetzt, als jetzt dort, ne? Also, ja. Was war denn das Heftigste, hast du wahrscheinlich schon gesagt? Was war das Schönste, was du dort erlebt hast in Indien? Es liegt wahrscheinlich nah beieinander, oder? Da ist ja dann so dieses Elend, was du siehst und du bringst einfach Essen mit und kannst denen auf eine gewisse Art und Weise helfen, ist ja dann auch schon wieder schön. Ja. So nah beieinander einfach. Ja, ja, also, das war schon ein schönes Erlebnis, aber zugleich war es halt auch wieder schlimm für mich, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist halt jetzt, also, wie lange haben die da zu essen, ne, dann, also. Ja, kommt halt nicht übermorgen die nächste Lisa. Richtig, das ist halt, ja, das ist halt das Problem, weißt du, wo ich mir dann denke, so, ja, das ist halt, das ist einfach zu wenig, ne? Ja, ja, deswegen, also, das schönste Erlebnis, würde ich schon sagen, ist natürlich für mich als Sportlerin, dass ich dort die Olympikqualifikation holen durfte, das ist für mich ein totales Geschenk, ne? Also, von daher bin ich dafür unglaublich dankbar und ich bin einfach dankbar, dass ich das auch alles gesehen habe, weil, das habe ich auch schon vorher gesagt im Vorfeld, aber, da muss ich mich zusammenreißen. Alles gut, aber ich bin einfach. Darfst du auch vor Kamera weinen, das ist gar kein Problem. Hast du es unangenehm? Nee, alles gut. Also, ich bin einfach auch nicht als gleicher Mensch zurückgekommen. Das hätte ich dich eh gefragt, also, was nimmst du mit aus der Indienreise, weil viele Sachen, die hast du dann dort parat und du ermahnst dich wahrscheinlich dort dann auch schon, das muss ich mir immer wieder vor Augen führen, was dort passiert und wie dort einfach der Alltag ist und dann kommst du nach Deutschland, ja, nach drei Tagen ist dann halt so, weiß ich nicht, blödes Beispiel, kaust dir eine Packung Hähnchen und die geht kaputt, weil du es halt nicht schaffst, sie zu essen, so be it, scheiß drauf, so, ich esse jetzt heute nicht auf, ich habe keinen Hunger, dann schmeißt du es halt weg und viele Sachen geraten einfach nach drei Tagen schon wieder so weit weg in deinem Kopf hinten rein und irgendwas nimmst du ja mit, das wäre so meine Frage gewesen, was nimmst du mit dauerhaft von diesem Trip? Also das war wirklich für mich dann wieder so ein Kulturschock, weil ich bin ja danach dann direkt wieder nach Alicante geflogen, das war auch schon im Vorfeld so geplant, weil meine Mädels auch wieder am Wettkampf dort gestartet sind, das heißt, ich wäre sowieso da gewesen, aber ich bin halt aus dem Flieger ausgestiegen und also zunächst mal dann rauszukommen und diese reine Luft einzuatmen, das nimmt man sonst gar nicht so wahr, aber das war schon der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was haben wir einfach für ein Glück? Also die Luft ist nicht, es stinkt nicht wie auf der Toilette und dann bin ich da einfach spazieren gegangen, also du kannst einfach rausgehen und du musst dir keine Sorgen machen, dass du jetzt hier überfallen wirst, klar, das kann immer sein, aber in Relation ist das eher gering, das Risiko und du kannst einfach in den nächsten Supermarkt gehen und einfach einkaufen. Ja, Wasser kaufen, sauberes Wasser, kalt aus dem Kühlschrank. Total irre, total irre und die Lebensmittel dort sind einfach von der Qualität her so viel besser, es ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht und alleine das hat mir gedacht, also ich werde nie wieder die gleiche Person sein, ich war vorher schon immer also sehr demütig und sehr dankbar, das würde ich für mich doch behaupten, aber das hat mich nochmal oft aufs nächste Level gebracht und alleine dafür bin ich so dankbar, dass ich das einfach nochmal für mein Leben erleben durfte, dass es einfach wirklich alles andere als selbstverständlich ist, wie wir hier leben. Was war das erste, was du gegessen hast nach dem Wettkampf in Indien? War wahrscheinlich kein Burger? Nein, nein. Bei dir ist es immer sehr merkwürdig, was du da bist nach dem Wettkampf und worauf du dich freust. Ist richtig, das können wenige nachvollziehen. Ja gut, ich war ja direkt wieder Peak Week, von daher habe ich halt Fisch und Spargel gegessen, Entschuldigung, Hähnchen und Spargel, aber das war einfach ein Geschmackserlebnis. Wenn du vorher einfach eine Woche nur Eier isst und diese Gurke und diese Reispuffer-Dings da blumms und vor allem die Eier dort auch, also ich kann das nicht beschreiben, aber alleine wenn du dieses Ei schälst, also es stinkt. Diese ganzen Lebensmittel, die ich dann auch geliefert bekommen habe. Dann sind die ja alle eigentlich alt, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass das Huhn in Indien andere Eier legt als in Deutschland. Das ist wahrscheinlich alles irgendwie halt schon so einen Schlag, oder? Nein, ich schätze zunächst mal natürlich, das wird ein bisschen gelagert, denke ich mal, weißt du. Und da wird es überall so stinken. Also was ich halt auch gesehen habe, ich meine, ich war jetzt in keinem Supermarkt, aber ich war in diesen Straßenmärkten einfach, um auch die zu unterstützen und habe halt dort diese ganzen Kekse und Getränke und alles gekauft, dass die auch ein Geschäft machen, weil es waren ja auch mega arme Läden-Dings. Und ich meine, da laufen halt Ratten über den Boden. In diesen Läden, wo Lebensmittel verkauft werden, laufen einfach Ratten über den Boden. Und Straßenhunde, einfach durch den Laden, also Laden in Anführungsstich, weil es ist ja einfach nur ein Straßen, also es ist einfach halt nur, keine Ahnung, was das ist, das kann ich gar nicht beschreiben. Aber ich schätze, dass es dort überall so sein wird, ungefähr von den Hygienestandards her. Gibt es dort sowas wie Aldi? Du läufst da rein, es hat so geschlossene Türen, da drin ist klimatisiert und Fliesen auf dem Boden. Also ich glaube, da musst du ein bisschen laufen dann. Weil da wird es ja auch besser gestellte Menschen geben, die irgendwo anders einkaufen als auf der Straße. Ich denke, irgendwo schon, aber ich habe es jetzt nicht gesehen. Also ich war jetzt auch in keinem Supermarkt. Ja, dazu kann ich jetzt nichts sagen, weiß ich leider nicht. Was ich nur mitbekommen habe, eine Frau eben, weil ich war, ich musste einen Tag raus, um Geld zu holen. Ich musste dann zu einer Bank, um Geld zu holen, indisches Geld, weil ich die Make-up-Frauen nur in Bargeld bezahlen konnte. Also die wollten nur Bargeld haben. Deswegen musste ich indische Rupien holen. Hatte ich natürlich nicht. Das heißt, ich musste die Straße verlassen, also das Hotel verlassen und musste dann da loslaufen. Da war auch, also es war wie so ein sicherheitsabgesperrtes Areal. Und sobald du das verlassen hast, kamen zwei Männer auf mich zu, die mir irgendwie angeboten haben. Wollen sie ein Taxi? Wollen sie ein Tuk-Tuk? Wollen sie die Zeit ziehen? Kann ich ihnen helfen? Kann ich ihnen das? Da habe ich gesagt, nein, bitte lass mich einfach nur in Ruhe. Ich möchte einfach nur kurz das Geld und dann möchte ich wieder zurück. Ich möchte gar nichts. Und dann habe ich eine Frau auf der Straße, die lag da eben auch mit ihrem Kind, es war auf dem Weg, habe ich halt dann indisches Geld einfach gegeben. Und die konnte Englisch. Und die hat mir aber dann gesagt, kann ich vielleicht Lebensmittel haben, weil sie darf nicht in den Supermarkt. Also ich habe dann gefragt, also wie, sie dürfen nicht in den Supermarkt. Also sie kann sich nichts kaufen. Sie kann sich auch nur von den Straßenläden irgendwas kaufen. Weil sie, also sie darf mit ihrer Kaste nicht in den Supermarkt. Hast du mir dann erklärt? Ja, das ist ja alles Kassensystem, stimmt. Da bist du dann halt in der schlecht gestellten Bevölkerung nochmal schlechter gestellt quasi. Aber warum? Also wie sortieren die das aus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also dazu kann ich auch nichts sagen. Aber sie hat zu mir gemeint, sie darf oder sie kann nicht in den Supermarkt, ob ich ihr was kaufen kann. Das ist ja wieder total bestürzend. Und was hast du dann gemacht, hast du was gekauft? Nee, ich habe gesagt, ich kann jetzt nichts kaufen. Also es tut mir leid, ich kann ihr jetzt auch nichts bringen, weil... Aber das Geld hat sie dann genommen. Ja, ja, ich habe dann gesagt, also nehmen sie das Geld, ich kann ihr jetzt nur das Geld geben, ich habe nichts anderes. Ich habe ihr dann auch Kaugummis gegeben. Das hat sie auch genommen, aber was anderes hatte ich nicht mehr. Es ist auch interessant, dass sie dann Englisch spricht, weil man wird jetzt so denken, wenn du jetzt zu so einer Kaste gehörst. Ja gut, also Englisch in Anführungsstrichen. Ja, also Englisch in Anführungsstrichen. Wenn ihr jetzt ein Inder hierherkommt, könnte ich mich nicht auf Indisch mit dem verständigen. Aber tatsächlich, die meisten konnten aber tatsächlich Englisch. Also auch die in den Slums, die haben auch mit mir Englisch gesprochen. Ja, also ich weiß nicht wieso oder wie, kann ich auch dazu nichts sagen, aber die meisten können da Englisch. Also natürlich mit ihrem Akzent und das war jetzt auch kein gutes Englisch. Aber wir haben uns mit Händen und Füßen irgendwie verständigt so ungefähr. Aber doch, die konnte ein bisschen Englisch. Du warst vorhin Alicante, bist von Alicante nach Neu-Delhi und von Neu-Delhi wieder nach Alicante, stellt sich mir natürlich die Frage, wie sieht in so einer Zeit der Kontakt mit deinem Sohn aus? Ja, wir haben halt, also wir machen halt immer FaceTime. Das so einmal täglich oder? Ja, ja, ja. Einmal täglich rufen wir uns da an. Also ich rufe ihn an. Aber da warst du ja lange weg oder? Vier Wochen fast? Ne, zwei. Waren es insgesamt nur zwei? Zweieinhalb. Ja, ja, zweieinhalb waren es, ja. Okay. Warum nach Indien dann noch der Wettkampf in Alicante, weil du eh dort warst? War schon zugesagt? Hast du dem Promoter schon gesagt, ich mache mit? Genau. Also zunächst mal habe ich den Vertrag ja schon unterzeichnet gehabt. Was kostet das, wenn du jetzt sagst, ich mache da dann doch nicht mit? Oh, das weiß ich gar nicht. Weißt du gar nicht? Das habe ich noch nie gemacht. Hast du nicht gemacht? Da gibt es ja öfter mal, dass Leute das da machen. Ja, also ich glaube, man muss auf jeden Fall Strafe zahlen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie viel oder was das ist. Also habe ich noch nie Erfahrungen damit gemacht, deswegen weiß ich es nicht. Aber mir war es auch ganz wichtig, da zu starten, weil ich habe von meinem Team auch die Woche wie so ein Bodybuilding-Camp veranstaltet dort. Dass halt alle, die halt wollen und also zusammen Urlaub machen wollen, dass die kommen. Und die wollten natürlich mich dann auch auf der Bühne sehen. Deswegen war es mir schon wichtig, dass ich dann auch starte, weil es wäre dann blöd gewesen, wenn ich halt gesagt hätte, nee, ich starte jetzt hier nicht. War jetzt auch gut. Also ich meine, für den dritten Platz hat es ja letztendlich gereicht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es dann in alle Kante noch meine Bestform war. Also da muss ich ganz ehrlich sein. Das war jetzt nichts, was ich jetzt stolz bin auf die Form. Das war okay. Aber es war jetzt sicherlich nicht mehr meine Bestform, weil es mir auch einfach nicht so gut ging. Also wie gesagt, ich habe den Rückflug von Neu-Delhi, habe ich einfach acht Stunden lang durchgebrochen. Da ist nur noch Galle hochgekommen irgendwann. Und dann habe ich natürlich wirklich auch drei Tage erstmal gebraucht, um mich überhaupt generell zu erholen. Und dann steht halt schon der nächste Wettkampf irgendwie an. Und wenn du dann auch so belastet bist, dann geht das Wasser auch einfach nicht so gut raus. Also würdest du es damit auch erklären, dass du nur Dritte wurdest in alle Kante? Weil bei euch Bikinis ist es ja manchmal auch so, der eine findet das schön, der andere findet das schön. Du bist einmal Erste und nächste Woche Sechste oder Zwölfte. Stimmt. Und weißt gar nicht, was ist eigentlich jetzt los. Also beispielsweise William Bonek, der könnte jetzt nicht diese Woche irgendwo Erster werden und nächste Woche woanders hin und mit einem ähnlichen Look da stehen und irgendwie sechs Platzierungen Unterschied haben. Das gibt es ja in der offenen Klasse bei den Männern beispielsweise gar nicht. Und da lag es jetzt schon daran, dass du einfach gebeutelt warst von der Reise und von den Strapazen. Also meine Form lag daran, inwieweit da natürlich trotzdem gewertet wird, ist ja trotzdem offen. Also ich muss schon sagen, klar, ich war halt einfach auch nicht mehr so frisch. Also die Erste war schon wirklich sehr gut. Die hat das auch definitiv verdient dazu gewinnen. Also das kann ich zu tausend Prozent bestätigen. Das war die Schwedin, oder? Diese Antonia Patterson, oder? Genau, Antonia Patterson, genau. Die war wirklich gut. Die war wirklich gut. Und es war ihr erster Wettkampf, die Saison. Das heißt, da kann es natürlich mit einem ganz anderen ... Fand ich auch. Fand ich auch. Die zweite Form rein starten. Bei der zweiten, da habe ich ja auch im Nachhinein mir natürlich Feedback geholt von Judge und so. Das war schon, also zweite und dritte mich und die zweite hätte man schon tauschen können. Also das war dann, ich glaube, es war zwei zu drei von der Wertung her, was jetzt eben meinen dritten und ihren Zweitplatzierten. Also das war die Lukia, die Türkin, die habe ich letztes Jahr eigentlich in jedem Wettkampf besiegt. Also deswegen ist es natürlich für mich dann ein bisschen ärgerlich. Aber auch bei ihr muss ich sagen, die war halt hintenrum wirklich einen Ticken schärfer. Deswegen von der Front muss ich jetzt sagen, da hätte ich jetzt das mir gegeben, aber von der Backpose fand ich sie stärker. Das heißt, zweite und dritte Platzierte hätten wir nicht tauschen können. Okay, ja, aber ob das jetzt zweite oder dritte ist, ist ja eigentlich auch letztendlich total wurscht. Der dritte macht ja jetzt auch nichts kaputt. Du wirst jetzt nicht zwölfte und sagst, scheiße, jetzt bin ich gerade Erste geworden, hat so ein bisschen Momentum und dann verabschiede ich mich irgendwie in die Offseason mit meinem zwölften Platz oder so. Also das ist ja alles in Ordnung. Nee, es ist völlig in Ordnung und wie gesagt, für meinen generellen körperlichen Zustand war das auch voll okay. Also da war ich voll zufrieden, ist in Ordnung. Ja, das heißt, bis Alicante war sowieso schon fest geplant, dass du dort mitmachst, schon im Vorhinein. Wie war so die Timeline allgemein? War Indien schon immer im Fokus oder hättest du jetzt gesagt, wird es vorher klappen, hätte ich jetzt Indien nicht unbedingt gemacht? Nein, nein, also wenn ich vorher die Quali geholt hätte, dann hätte ich Indien definitiv nicht gemacht. Hättest du dann auch versucht, Alicante abzusagen noch, wenn das gegangen wäre? Oder war das trotzdem eh so geplant wegen den ganzen Mädels, die gekommen sind? Ja, genau, also das war im Vorfeld für mich fest, dass ich die Emro machen möchte. Und eben wegen, dass meine Mädels mich einfach auf der Bühne auch sehen können, das war mir schon sehr wichtig, wenn die dann schon da sind, dass ich dann auch auf der Bühne stehe. Das war mir schon, das war wichtig für mich, ja. Ist man weniger angespannt, wenn man die Olympia-Quali schon in der Tasche hat? Gut, jetzt ging es dir allgemein nicht so gut, aber war das schon Last, dass abgefallen ist? Und du bist schon ein bisschen beruhigter in die Peak Week oder in die letzten Tage der Peak Week gestartet? Also auf der einen Seite muss ich sagen, ja, definitiv, weil ich halt einfach weiß, hey, ich habe es, es ist egal, welchen Platz ich bekomme. Ich darf nach Las Vegas, ne? Auf der anderen Seite hat man natürlich auch einen starken Anspruch an sich dann, wenn man die Show das letzte Wochenende gewonnen hat, zu sagen, also gut platzieren muss ich mich schon, weil sonst ist es einfach peinlich. Außerdem bin ich ja als Voll-Favoritin da reingestartet, das heißt, da ist natürlich dann schon irgendwie ein Druck abliefern zu müssen da, ne? Ja, also ich hätte schon gerne so die Quali nochmal gefestigt, ne? Das muss ich schon zugeben, als Sportler, klar, man will immer mehr, besser, höher, weiter. Aber, wie schon erwähnt, also auf Grundlage meiner generellen Verfassung ist es für mich voll in Ordnung. Interessiert die Judges das? Also wenn du dir jetzt Feedback holst beispielsweise bei einem Teiler und du sagst dem, ja, ich hätte heute gern mehr gebracht, aber ich war in Indien und habe jetzt eigentlich so fünf Tage durchgekotzt. Hört der sich das an? Sind die dafür irgendwie sensibel oder gar nicht? Also dürfen sie ja rein von der Wertung her eh nicht sein, aber ich meine jetzt nur, wenn du jetzt nachher, das bleibt ja trotzdem bei den Judges im Kopf, okay, Elisa war jetzt da, ist jetzt fiktiv zwölfte geworden. Das lag jetzt aber nicht daran, dass sie irgendwie nicht konnte, weil sie nicht wollte, sondern weil halt einfach gesundheitlich bedingt irgendwas schiefgelaufen ist. Meinst du, das juckt die oder speichern die das einfach ab als scheiße platziert und du hast jetzt irgendwie keine so guten Karten, wenn es Richtung Olympia geht? Nee, also ich meine, letztendlich bin ich eine Profiathletin und eine Profiathletin, also in meinen Augen auch, ist verpflichtet, immer ihr Bestes zu bringen. Ja, und da interessiert niemanden, ob du gekotzt hast, ob es dir schlecht geht, ob dein Kaninchen gestorben ist, ja, also und ich bin ja auch niemand, der, also ich habe das jetzt auch, ich sage das jetzt hier das erste Mal wirklich, dass es mir wirklich schlecht ging. Ich meine, man hat es, glaube ich, auch gesehen, aber ich, also ich bin jetzt nicht der Meinung oder der Auffassung, dass ein Teiler meine Storys verfolgt, ja, also das würde ihn einen Scheißdreck interessieren, ob ich gekotzt habe oder nicht und das weiß er im Vorfeld auch gar nicht und ich bin jetzt auch eben niemand, der jetzt jammert oder sonstiges, also ich würde ihm das auch niemals sagen. Natürlich hole ich mir jetzt Feedback, an was hat es gelegen, warum ich jetzt nicht erstplatzierte war, das immer definitiv klar, weil ich natürlich mich auch wieder verbessern möchte. Es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich es selber nicht weiß und nicht gesehen habe, ich kann es ja selber analysieren, aber trotzdem ist es wichtig, dass man sich da einfach auch nochmal connectet mit dem Judge und sagt, hey, was kann ich noch verbessern, was möchtest du das nächste Mal von mir sehen, weil der wird mich noch öfters judgen, spätestens bei der Olympia. Das heißt, da einfach in Kontakt zu treten ist wichtig, aber ich würde dem niemals ein Ohr voll heulen, dass ich gekotzt habe, also wie gesagt, das interessiert doch kein Schwein da, ja, da geht es darauf an, da kommt es darauf an, wie schaust du aus, ja, und wenn du nicht dein Paket printst, dann ist das deine Schuld, ja, also. Wie gehst du damit um, wenn dir ein Judge oder auch der Teiler sagt, du musst beispielsweise downsizen, macht dir das dann noch Spaß, den Sport zu betreiben und du siehst das so als Mittel zum Zweck oder denkst du dir schon, ich habe auch ein Idealbild von mir selbst jetzt irgendwie im Kopf, das ist halt irgendwie so ein bisschen muskulöser, jetzt muss ich da abwerfen, was als Frau ja eh schon schwer hinzutrainieren ist. Wie gehst du damit um? Also das ist natürlich schon was, was das Bodybuilderherz etwa schmerzt, weil, also mir persönlich gefällt zum Beispiel Wellness nochmal wesentlich besser, einfach weil ich halt, also ich liebe halt einfach Muskeln, also mir gefällt es auch einfach, ja, sonst wäre ich nicht in dem Sport. Und ich muss mich schon immer tendenziell sehr klein halten, also ich muss immer aufpassen, ich kann auch keine Off-Season machen, also das steht für mich außer Frage, ich kann nie wieder, wenn ich in der Bikiniklasse sein möchte oder bleiben möchte, kann ich nie wieder eine Off-Season machen, weil ja, ich habe meine Klasse bereits muskulär ja schon ausgefüllt, ja, das heißt, ich muss mich immer zügeln. Konservierst du eigentlich bloß noch, das ist voll langweilig, oder? Ja, also, ich sage mal, Spaß macht es jetzt nicht. Spaß macht und dann die Ergebnisse. Ja, richtig, aber es ist halt das, was es braucht, um an der Spitze weiterhin vorne zu sein, ja, und ich meine, wenn du an der Spitze bist, dann machst du das auch irgendwo gerne. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch Amateur wäre und ich das schon merken würde, dann würde ich mir auf jeden Fall noch überlegen, die Klasse zu wechseln, weil, also die ganze Zeit könnte ich mir dann nicht vorstellen, immer auf praktisch Halbgas trainieren zu können. Ich kann ja auch niemals irgendwie jetzt mehr als 1500, 1600 Kalorien essen, weil wenn ich mehr esse, dann wachse ich. Also das ist wirklich schwierig, das heißt, das ist natürlich mit sehr vielen Entbehrungen dann auch verbunden, ja, sich immer klein halten zu müssen. Aber, ja, wenn man an der Spitze ist und das halt dazu benötigt ist, dann ist das halt einfach, ja, das ist das, was ich tun muss. Jeder muss so das tun, was er tun muss und in meinem Fall ist es halt hungern und Halbgas-Training. Aber ein Klassenwechsel, ist das überhaupt irgendwas, was zur Debatte steht? Ich stelle mich dich schwer in der Wellness vor trotzdem irgendwie. Das ist ja auch so ein krasses Genetik-Ding. Ja, das stimmt. Und Figur, dafür bist du irgendwie zu zart, finde ich. Also Figur würde bei mir nicht funktionieren, weil ich habe überhaupt gar nicht die Weite. Also das wäre jetzt was, was für mich definitiv, ja, nicht ginge. Also genetisch bedingt einfach, wie du das schon sagst. Wellness wäre auf jeden Fall was, was ich machen könnte und machen würde. Ist aber zu meinem Standpunkt jetzt einfach unklug. Ich bin jetzt 30, ich werde dieses Jahr 31. Ich habe mich jetzt im Bikini-Game so hochgearbeitet letztes Jahr und diesen Status jetzt aufgeben zu müssen, um dann nochmal, ja, ich würde vielleicht ein Dreivierteljahr würde ich Aufbau benötigen, schätze ich jetzt. Weil ich, wie gesagt, schon jemand bin, der gut und viel schnell wächst. Was ja nicht lange ist, wenn ich beispielsweise in Urs in die offene Klasse gehen würde, der müsste erst mal zwei Jahre zurück ins Studio und sie nicht mehr sehen lassen. Ja, ja, richtig. Wäre schnell bei dir eigentlich. Ja, ja, also ich würde schon, weil, wie gesagt, ich muss mich ja jetzt die ganze Zeit richtig klein halten. Das heißt, wenn ich mal ordentlich trainieren würde, ordentlich essen würde, dann ging das richtig schnell bei mir. Aber glaubst du, du könntest was reißen in der Wellness? Also meinst du, du würdest so weit hochkommen, wie du es jetzt bei den Bikinis geschafft hast, dass du einen Bettkampf gewinnst? Weil das ist schon auch so sehr elitär geworden, habe ich so das Gefühl, bei den Wellness-Dammen. Und die sind halt einfach, das sind so Pferde teilweise nach unten. Oben so wirklich grazil. Und unten aber warm. Ja, ja. gekostet, diesen Prestige überhaupt aufbauen zu können. Und ich bin ja immer noch nicht da, wo ich sein muss oder möchte. Ja. Und dann wieder von null anfangen zu müssen. Wie gesagt, ich bin schon 31 dann dieses Jahr. Das ist einfach, das ist total unklug. Woran machst du dann Verbesserungen fest? Also. Du musst ja irgendwas machen, um vom Ergebnis Platz 1 auf einem Wettkampf, der dich qualifiziert von Mr. Olympia, irgendwie weiter nach vorne zu kommen beim Olympia letztendlich. Was sagen die zu dir, was du verbessern sollst? Weil du muskulär kannst nicht mehr wachsen. Nein. Eigentlich härter werden ist auch irgendwie immer so ein schmaler Grad. Was macht man dann? Muskelreife? Ja, schön. Auch nicht. Also ich bin, also so, also das ist auch das Feedback, was ich immer bekomme, ja. Es ist natürlich immer so, ja gut, du musst einen Ticken härter sein oder wieder einen Ticken weicher. Also Tag X dann. Genau, Tag X halt immer, wie wird gewertet, ne. Also da kann es immer sein, dass du halt die Form oder das aktuelle, den aktuellen Geschmack des Judges dann von der Härte her nicht so ganz triffst. Das kann immer der Fall sein, ja. Das heißt, du musst natürlich an Tag X passend kommen, das ist logisch. Aber jetzt muskulär oder irgendwelche Verbesserungen kann ich nicht mehr vornehmen. Wie gesagt, ich bin komplett ausgefüllt, was meine Muskulatur anbelangt. Also ich kann nichts mehr verbessern, was das angeht. Posing ist bei mir auch nicht verbesserbar. Klar, es gibt immer Sachen, die du ein bisschen, also die ich dann sehe, wo ich sage, okay, also das musst du jetzt ein bisschen besser, schöner machen. Den Übergang musst du ein bisschen smoother machen irgendwie. Aber da bist du schon sehr weit, wenn du jetzt andere Athletinnen anguckst. Du kommst ja auch aus dem Bauchtanz. Das ist ja eh so ein Präsentations-Sport in Anführungszeichen, wenn ich da teilweise sehe, wie die Damen auf Highheels laufen. Das ist schon sehr wackelig. Ja, ja, da gebe ich dir recht. Die müssten noch ein bisschen mehr üben. Ja, also da darf ich, glaube ich, ganz selbstbewusst von mir behaupten, dass ich da eine der besten Poserinnen überhaupt bin, wenn du da einen Profi-Wettkampf anschaust. Also das kriege ich auch jedes Mal als Feedback. Deswegen ist es jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das kriege ich auch gefeedbackt, von daher alles gut. Das sehe auch ich. Ja, gut. Das freut mich. Aber das Einzige, was natürlich jetzt in meinem Falle definitiv noch verbessert werden muss, ist halt die Bekanntheit. Also der Bekanntheitsgrad muss einfach wachsen. Das heißt, für mich ist es... Das ist ja auch absurd irgendwie, dass der Bekanntheitsgrad nachher mitspielt, welche Rolle du nachher am Ende da mitspielen wirst am Olympia. Ja. Aber es ist halt schon so, wenn du bekannt bist, gucken halt mehr Augen auf dich und du fällst auf. Ich muss dir recht geben, aber das ist halt im Bikini-Game doch was, was halt eine Rolle spielt. Weil ich meine, wenn du dir das letztes Jahr auch Olympia anschaust, eine Laura Lee, also Entschuldigung, aber was zum Geier war das? Und die war trotzdem unter den Top Ten. Aber total unberechtigt. Kennt man halt. Ja, kennt man. Und man würde die niemals abwerten oder so. Also deswegen, das spielt im Bikini einfach eine große Rolle. Das heißt, für mich ist es einfach wichtig, vor allem auch in die USA zu reisen, dort mir einen Namen zu machen, zu starten, mich sehen zu lassen. Einfach, also das, dass ich halt immer on point komme, dass ich immer top bin. Und das bleibt halt dann natürlich auch im Kopf. Und Fleiß wird belohnt. Also das ist doch auch was, was ich letztes Jahr gelernt habe. Fleiß wird auch da belohnt. Also umso öfter du dich sehen lässt, umso mehr Bekanntheitsgrad du dir erarbeitest, umso besser ist es. Genau. Das kann jeder. Das kann jeder. Fleiß kann jeder. Das ist richtig. Das ist richtig, das ist auch irgendwie ein Fleißgame. Es kann halt, gut, Fleiß kann jeder, aber es ist natürlich jetzt auch nichts, was ich empfehlen würde für jemanden jetzt, der jetzt nicht in meiner Lage ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, das Ganze ja durchzustarten. Weil jetzt also gesund oder einfach ist es jetzt nicht, sage ich mal so. Aber es ist auch irgendwo das, was es eben braucht, um in der Bikini vorne mitspielen zu können. Gibt es unter euch Frauen, sei es jetzt Bikini-Klasse oder Figur, weiß ich nicht, man ist ja Backstage dann doch beieinander in der Damenwelt. Gibt es da sowas wie, keine Ahnung, wo man jetzt bei den Männern Hahnkampf dazu sagen würde. Ich sage mal Bitchfights, ohne das jetzt respektlos zu meinen, du weißt, was ich meine. Gibt es sowas? Also so mal jemand mit der Spitze vom Stöckelschuh aufs Schienbeintritt oder so, bei Konkurrenz. Also sowas habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass du gar nicht so gut ankommst bei manchen dort, weil du einfach so positiv und so nett und so fröhlich bist. Ja, das ist richtig. Ja, oder? Das ist schon richtig, ja. Ja, als wäre ihr zu meiner Einschätzung gewesen. Aber. Die kommt jetzt hierher und hat Spaß. Ja, ja, ja. Das kann ja nicht sein eigentlich. Also ich glaube, zunächst mal ist es natürlich schon was, was den Mädels, die jetzt noch nicht qualifiziert sind für die Olympia-Sauer aufstößt, wenn dann eine Olympia-Athletin nochmal startet. Da mache ich mir sicherlich keine Freunde. Das ist mal das Erste, was ich schon bemerkt habe. Aber, also gut, ich finde es ein bisschen schade, aber es ist einfach die Realität. Es ist viel Fake. Also was ich mitbekommen habe, es ist viel Fake. Also vorne rum, ha, 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 ha. Und wir freuen uns alle, ha, 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 ha. Und hintenrum ist es halt oft so, ah, dumme Bitch, hat sich qualifiziert, ha, 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 ha. Und also auch in Deutschland manchmal, also was mir auch passiert ist, ja, einmal grüßt man mich, wenn man gut gelaunt ist, grüßt man mich. Na, hallo Lisa, hallo, wie geht's dir? Und dann den nächsten Tag irgendwie werde ich ignoriert oder sowas oder den nächsten Wettkampf wird man ignoriert. Das ist mir das Öfteren passiert, aber ich glaube, es ist auch einfach charakterabhängig, genauso wie eben wir im Alltag alle verschiedene Charaktere haben, ist es halt bei den Athleten auch. Manchmal ist man gut drauf, manchmal ist man schlecht drauf, manche lassen das raus. Manche sind einfach Penner. Ja, manche lassen das raus, manche lassen das nicht raus, aber also mir ist alles schon passiert, aber ich glaube, es ist schon viel auch so, also vorne rum lieb, also vorne rum hui und hinten rum pui. Also, das ist mir leider, also ist mir das Öfteren aufgefallen und ja, es sind halt nicht alle immer so real oder transparent. Ja, ist leider der Fall. Du hast gesagt, wenn du M-Pro gewonnen hättest, würdest du auch noch in Italien starten. Stimmt, das habe ich gesagt, ja. Ja, warum? Wie kommt es zu der Aussage? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also, schön, dass wir heute hier sein können, weil aktuell findet ja jetzt parallel der Wettkampf in Italien statt und du bist nicht dabei. Aber erschließt sich mir jetzt im ersten Moment nicht, wie man so denkt, kannst du aber bestimmt ausführen. Gerne. Also, klar, wenn ich jetzt die M-Pro gewonnen hätte, hätte ich einfach diesen Lauf mitgenommen, weißt du, also wenn du da ein Momentum hast, dann solltest du den mitnehmen. Gibt es auch viele Beispiele dafür, zum Beispiel die Valeria, wie heißt es jetzt, also Official Cod auf Instagram, das werden, wenn ich das sage, werden das viele kennen. Die hat letztes Jahr in Europa ja alles abgeräumt und im Vorfeld dann die Ungarin, weiß ich jetzt bloß den Namen nicht mehr, die hat aber im Frühjahr hat die alles abgeräumt. Also, wenn man da ein Momentum hat und Shows gewinnen kann, ist das fürs Prestige unglaublich toll. Das ist also dieses sich zeigen, sich präsentieren und international bekannt werden. Also, daher kommt der Gedanke. Klar, also, wenn du Show-Wins sammeln kannst, hey, dann mach das. Also, das kann ich definitiv dann empfehlen. Wenn du gewinnst, dann mach weiter, weil wenn du da schon mal dann auf dem Schirm bist und so, das ist natürlich ein ganz anderer, ja, ein ganz anderer Settlepoint, von dem du dann da starten kannst. Genau. Wir werden ein bisschen privater nochmal, bevor wir dann nochmal zu den Wettkämpfen kommen, die anstehen dieses Jahr, weil eine der meistgestellten Fragen, sagen wir mal, wie du Arbeit, Wettkampfsport und Privatleben, also Kind unter einen Hut bekommst. Kannst du das sagen? Gibt es dafür überhaupt eine Antwort? Weil du wirst es wahrscheinlich einfach machen und dich gar nicht so damit beschäftigen, wie das bei dir funktioniert. Gut, also, zunächst mal muss ich natürlich dann schon sagen, das ist halt ein Meisterstück der Planung. Also, so kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Time Management. Time Management, ja. Ja, ich meine, das Zweite, was ich halt ganz ehrlich sagen muss, ist, dass ich schon, also, ich mache halt nichts anderes. Also, es ist halt einfach mit sehr viel Entbehrung auch verbunden, weil ich mache nichts anderes, außer den ganzen Tag zu arbeiten. Dann, wenn ich auf Wettkämpfe bin, ich arbeite trotzdem, ich bin, also, ich arbeite sieben Tage die Woche, ja. Ja, sag ich mal, mindestens zwölf Stunden am Tag, das ist halt der Fall, ja. Es ist halt, es ist auch ein Fleißgame, ja. Also, hier auch, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Urlaub gemacht habe. Urlaub habe ich das letzte Mal gemacht mit Melonidas, das war nach dem Wettkampf in Benidorm haben wir drei Tage Spanien angehängt, ja. Drei Tage ist kein Urlaub, maximal ein Kurzurlaub. Ja, dann ist es ein Kurzurlaub, aber ansonsten, weiß ich, ich mache nichts anderes. Ich gehe nicht feiern, ich habe aktuell auch keinen Partner, schon seit unglaublich langer Zeit. Das war auch eine Frage, ist man überhaupt beziehungsfähig, ist irgendwie das falsche Wort, aber ist man überhaupt beziehungstauglich wahrscheinlich, wenn man so einen Alltag hat. Geht das? Mein Gott, also jemand, der halt das alles mitmacht, der wird in Frage kommen. Aber es ist natürlich schon so, dass ich jetzt zu dem Typ Frau gehöre, der jetzt nicht viel Zeit hat. Also, klar, wenn man möchte, dann nimmt man sich die Zeit, aber ich hätte jetzt keine Zeit, mich noch zusätzlich aktuell um einen Mann irgendwo zu kümmern. Zu kümmern. Ja, also klar, eine Beziehung ist Arbeit, das weißt du selber. Eine Beziehung ist Arbeit, eine Beziehung ist Investition, ja. Das ist ein Finden von Kompromissen, ja. Das heißt, das ist was, das muss man natürlich… Deshalb bringe ich einfach meine Freunde mit zum Dreh. Keiner hat keine andere Wahl sonntags. Du willst Zeit verbringen? Du willst Zeit verbringen? Dann schau mir zu, bitte. Ja, ist schwierig. Ja, aber das ist das. Also, das müsste natürlich ein Partner sein. Klar, der kann mit mir zu den Wettkämpfen mitfahren. Und die Reißwaffel halten. Genau. Reichen. Ja, also es muss halt jemand sein, der das versteht, der das akzeptiert und der diesen Lebensstil irgendwie auch mitmachen möchte. Aber das ist ja jetzt nicht unterschiedlich jetzt zum Beispiel zu einem Open Body Builder oder so. Ich meine, die Freundinnen, kannst du mir auch nicht erzählen, also die machen einfach auch nur das mit, was der macht. Weil anders geht es nicht. Wenn du dein Leben diesem Sport gewidmet hast, dann verbringst du auch einfach deinen ganzen Tag um diesen Sport herum geplant. Weil sonst kannst du nicht so gut werden. Es ist nicht möglich. Wenn du das halbherzig machst, dann bist du auch nur halb gut. Das heißt, ja, ein Partner, also definitiv, das schließe ich ja überhaupt gar nicht aus. Bloß muss das eben jemand sein, der das irgendwie akzeptiert und gerne mitmachen möchte, das Ganze. Jetzt wäre ja irgendwie offensichtlich, dass der Partner auch aus der Bodybuilding Szene kommt. Ist das vorstellbar oder nicht vorstellbar? Ich zum Beispiel fände das überhaupt gar nicht geil, wenn jetzt so meine Freundin auch genau den gleichen Scheiß noch so den ganzen Tag machen würde, den ich mache. Weil mir steht es halt auch manchmal schon mit Bodybuilding hier und ich bin ja nicht mal Athlet. Ich weiß. Macht das Sinn oder sagst du so, wo die Liebe hinfällt? Kommt darauf nicht an. Ja, das ist mir eigentlich egal. Also viele denken ja dann auch, das muss dann auch mega der breite Trainierte sein. Nee, also das habe ich auf jeden Fall gelernt, weil mein letzter Freund, der war eben, wie gesagt, es ist schon ein bisschen her, ja. Der war auch, der hat jetzt das nicht Wettkampf ambitioniert gemacht, aber der war auch in dem Sport. Der hat auch trainiert und so weiter und so fort. Der war auch echt, der war gut gebraut und alles. Aber darauf kommt es mir wirklich nicht an. Also wenn ich eins gelernt habe, die Jahre, dann, das ist wirklich, also es hört sich jetzt wieder total so, ja, schleimerisch an oder keine Ahnung, klischeehaft. Aber es kommt wirklich nicht aufs Äußere an. Also wenn ich eins gelernt habe, dann das, die tollsten Männer habe ich kennengelernt, die waren nicht irgendwie auftrainiert oder so. Klar ist mir wichtig, dass der irgendwie sich beschäftigen kann und dass er einen Sport macht, ja, also das ist mir schon wichtig. Dass ich mich nicht kümmern muss. Ja, ja, dass ich mich nicht kümmern muss, dass der irgendwo einen Job hat, eigenständig ist, ein Leben hat, ja, und ein bisschen Sport macht, ist mir schon wichtig, ja, alleine wegen der Gesundheit, ja. Aber der muss nicht auftrainiert sein oder sonstiges. Wie gesagt, die tollsten Männer habe ich kennengelernt, die waren eben nicht so in dem Sport, weil die dann auch, wenn dann zwei Leute so fixiert sind auf diesen Sport und das ganze Leben darauf ausrichten, dann lebt man eher nebeneinander her. So meine Erfahrung. Und wenn man aber einen hat, der sich halt vielleicht so ein bisschen eben damit anpasst oder so, dann ist das eher ein Miteinander. Und das heißt, ja, das wäre jetzt was, was mir zum Beispiel wichtig wäre, dass der, ja, also der muss nicht ausschauen wie sonst was, wie Hulk, um Gottes Willen, nein, gar nicht. Der darf gerne körperlich nicht ausschauen wie ein Bodybuilder, das ist mir total egal. Da ist mir der Charakter wirklich wesentlich wichtiger. Wie sieht so ein typischer Tag in deinem Leben aus, von morgens bis abends, wenn du da alles mal reinpackst, was wirklich an Akuttagen mal reinpassen muss? Muss ich schon überlegen, du. Das geht ja sicherlich irgendwie an einer bestimmten Uhrzeit los, wenn der Wecker klingelt und dann wirst du irgendwann ins Bett gehen. Ja, also da gibt es tatsächlich jetzt keinen Pauschaltag, weil ich immer unterschiedliche Termine oder unterschiedliche Tage habe. Kommt auch darauf an, ist es ein Restday oder ein Trainingstag bei mir, ne. Wir gehen mal von Trainingstag aus jetzt. Trainingstag, dann ist es in der Regel immer so, dass ich circa um sieben Uhr ungefähr aufstehe. Das geht noch. Ja, ja, circa um sieben Uhr stehe ich auf. Ich gehe auch relativ spät ins Bett, deswegen, also noch früher würde ich nicht schaffen aufzustehen, sonst schaffe ich den Tag nicht mehr. Und dann mache ich erstmal meine Morgenroutine, ne. Also ich mache mein Stretching, mein Vakuumtraining, ne, das ist so eine halbe Stunde ungefähr, ne. Und dann gehe ich erstmal raus spazieren meistens. Also ich bringe Loni das zur Schule oft, also das mache ich dann als allererstes, ne. Der muss ja um acht in der Schule sein. Und da laufen wir meistens hin, weil die Schule ist bloß zehn Minuten von hier, das ist halt wundervoll. Und dann mache ich im Anschluss direkt meinen Spaziergang und da beantworte ich schon mal alle Nachrichten von meinen Mädels. Also der erste Schwung, ne, den ich dann so bekommen habe, noch am Morgen direkt oder irgendwelche wichtigen Formchecklists oder so. Das mache ich dann, ja, so die ersten zwei Stunden am Tag. Dann kommt mein Frühstück, meine erste Mahlzeit und dann um neun Uhr fange ich meistens an mit Terminen, ne. Und die Termine eben, die variieren, ne, ob ich jetzt Metalltraining habe, Posingtraining, ob ich ein Personaltraining habe, ne. Ob ich eben einen Infusionstermin habe, also alles mögliche. Ich mache ja wirklich ziemlich viel, ich bin breit aufgestellt. Das heißt, die Termine sind auch sehr vielfältig. Das ist ja schön aus Abwechslung. Ja, genau, das ist ganz toll. Und dann um ein Uhr gibt es meine zweite Mahlzeit. Und da habe ich dann auch meistens wieder so einen Block, also während ich esse, beantworte ich immer Nachrichten, die dann eben reingekommen sind von meinen Coaching-Mädels. Und dann um zwei Uhr geht es weiter mit Terminen bis ungefähr, ja, so Viertel vor Vier, weil dann hole ich einen Loniers wieder von der Schule ab. Und dann sind wir um Vier ungefähr da. Dann esse ich meine Pre-Workout-Mahlzeit, ne, ungefähr um, also dann mache ich nochmal Nachrichten, beziehungsweise mache halt mit dem Loniers, also ich tue am Laptop irgendwie Arbeit machen. Und er macht eben dann nochmal seine Hausaufgabe oder wir lernen irgendwas miteinander, was halt an dem Tag so ansteht. Das ist so ein, zwei Stunden. Und um sechs Uhr gehe ich meistens ins Training. Wenn es jetzt ein Beintag ist, dann kann ich einen Loniers oft nicht mitnehmen. Dann ist er entweder bei Oma und Opa oder bei einem Kumpel. Ihm ist jetzt schon meistens lieber, dass er halt dann zu einem Kumpel immer geht. Warum kann man ihn zum Beintraining nicht mitnehmen? Ist der Fokus da zu groß oder ein anderes Studio? Nein, das ist ein anderes Studio. Da dürfen keine Kinder. Ja, genau. Also ich kann ihn schon mitnehmen, aber er darf, also das ist halt irgendwie ein bisschen blöd, weil es ist schon wieder in Augsburg und er darf da halt dann einfach nur auf der Couch sitzen. Das möchte ich halt für ihn jetzt auch nicht, dass er dann zwei Stunden einfach blöd auf der Couch sitzt. Ich meine, wenn er jetzt wirklich wichtige Lernsachen oder so irgendwas noch hat, dann sage ich, du musst mitkommen, weil sonst macht er es nicht, wenn ich nicht da bin und immer wieder schaue. Das heißt, zwischen den Sets und Squats, dann wird geguckt, ob die Hausaufgaben gemacht werden. Genau, dann schaue ich immer so, ist er noch am Hausaufgaben machen oder nicht? Ja, also ist er träumen und genau, also dann muss er mitkommen, weil dann sage ich, du machst jetzt hier noch deine Hausaufgaben, die du machst oder lernen, wie auch immer. Und er darf ja zu mir dann schon kommen und mich irgendwas fragen. Also ich bin da nicht jemand, der jetzt hier, oh Gott, ich bin voll in meinem Tunnel und da darf mich niemand ansprechen. Also das ist jetzt nicht das, was in meinem Fall vorherrscht. Deswegen, da kann er dann gerne mich irgendwas fragen oder so, da bin ich dann locker. Aber es ist halt eine andere Studie, weil Beine kann ich nur im John V trainieren, weil in dem Oldschool-Gym, wo ich immer Oberkörper trainiere, da kommt der Loniers immer mit, der trainiert dann meistens mit. Wie alt ist er jetzt? Der ist jetzt elf. Elf, okay. Also der trainiert dann immer mit mir mit. Das ist cool. Ja, ja, also da freut er sich auch immer, also von daher ist es noch alles gut. Manchmal sagt er mir jetzt schon, oh Mama, ich gehe lieber zum Freund. Also das fängt halt jetzt an, ne? Zum Beispiel am Samstag habe ich ihm auch gesagt, Schatz, wollen wir zum See fahren? Ich sage, wollen wir zum See fahren? Oh, Sonne. Er so, Mama, ich will lieber zum Kumpel. Da wären die Freunde jetzt cooler als Mama mit. Ja, ich so, oh Mann, okay, schade. Ich wollte mit dir schwimmen, schade. Aber er wollte das dann schon gar nicht mehr schauen. Ja, das wird wahrscheinlich noch schlimmer werden, wenn er in die Pubertät kommt. Das kommt jetzt, der will lieber zum Kumpel. Ich so, okay, gut, danke schön. Bin ich allein zum See, weißt du mir, das ist so, schön. Jetzt hast du eigentlich den ganzen Tag Zeit und könntest ins Training gehen. Und ich mache das auch immer direkt morgens, weil ich keinen Bock habe auf Primetime. Und du gehst voll zu Primetime. Woran liegt das? Hast du es dir so angewöhnt oder ist es einfach, weil da ein bisschen Nahrung drin ist? Ich kenne das ja von euch Athleten, dass das auch eine Rolle spielt. Also in der Off-Season tatsächlich bin ich das öfter denn morgens gegangen, weil da hast du genug Energie. Du bist voll, ja. Genau, also da ist es egal, zu welcher Uhrzeit du gehst. Voll mit 1600 Kalorien. Ja. Das ist bei mir ein ausgedehntes Frühstück. Mehr wahrscheinlich. Aber also wenn ich halt einfach jetzt sowieso bin, also um wirklich dann im Training auch irgendwie Leistung erbringen zu können, was ja, also Leistung auch in Anführungsstrichen, aber was ich ja esse, das ist ja lächerlich. Dann möchte ich schon mindestens zwei, drei Meals einfach drinnen haben, weil ich mich dann auch einfach besser fühle vom Körperlichen her. Außerdem habe ich mir so angewöhnt und so meine leistungsfähigste Zeit ist wirklich so sechs Uhr. Aber auch aus dem Punkt, weil ich da dann wirklich so das meiste vom Tag eigentlich schon abgearbeitet habe und deswegen einfach entspannt bin. Das ist frei im Kopf, ja. Genau, richtig. Also ich bin dann frei im Kopf. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel unter der Woche am Morgen ins Training gehe und ich aber weiß, ich habe einfach einen Arsch voll Arbeit, dann bin ich total so, oh Gott, und ich muss eigentlich arbeiten und ich muss eigentlich das noch machen und so. Und deswegen bin ich dann lieber am Abend und habe dann schon das meiste lieber abgearbeitet. Das ist mir dann lieber, also bin ich entspannter im Kopf, ja. Und dann folgt eigentlich nur noch dann mein Post-Workout-Meal und dann habe ich auch nur noch eine Mahlzeit und also ich arbeite jetzt immer circa bis zehn, elf Uhr abends. Dann einfach am Abend mache ich noch die ganzen Formchecks auch noch fertig, die jetzt nicht eilen. Also wo jetzt niemand auf Prep ist, dann mache ich die am Abend dann entspannt, die vom Tag reingekommen sind. und dann, ja, schaue ich, dass ich am Abend eben mich noch um Lunis auch kümmere, natürlich ins Bett bringe und so weiter, ne. Und komme dann darauf an, ob ich noch irgendwelche Büroarbeiten habe. Die mache ich dann zwischen 23 und 24 Uhr so ungefähr und dann, und den drehe ich, je nachdem, gehe ich dann auch ungefähr ins Bett. Also kein Netflix-Entschuld? Nee. Gibt's nicht? Nee. Kein Bauch oder wahrscheinlich einfach auch gar keine Zeit, oder? Also ich habe gar keine Zeit, ehrlich gesagt, dazu. Ich schaue schon am Abend dann, wenn ich zum Beispiel meine Büroarbeit mache und ich wirklich sonst alles gemacht habe, schaue ich so meistens nebenbei ein paar YouTube-Videos, was mich halt interessiert, ne, so aus der Bodybuilding-Szene, einfach ein paar tolle Videos. Garnikus-Podcast. Genau, sowas. Ah, das höre ich aber meistens eben, also das höre ich meistens als Podcast tatsächlich, ja. Willst du ja auch nicht irgendwie zwei Stunden lang immer dieselben Gesichter angucken? Ja, also das schaue ich tatsächlich wirklich nie auf YouTube. Also so Podcast, das höre ich immer auf Spotify, immer. Ja, während ich zum Beispiel jetzt spazieren gehe oder so dann mal. Genau, oder während ich Hausarbeit mache, vielleicht die Podcast. Aber am Abend schaue ich dann manchmal so YouTube-Videos noch an. Genau. Was denkst du dir dabei, wenn Athleten nach Italien zum Wettkampf fahren und ein fünfköpfiges Team mitnehmen, während du nach Indien fliegst alleine und dort im Slum Essen verteilst? Ja. Denkst du da überhaupt drüber nach? Also es ist jetzt nichts, was mich irgendwie beschäftigt, ehrlich gesagt, weil mir das total scheißegal ist. Jeder muss ja das so machen, wie er sich am besten fühlt. Und ich meine, wenn du dir das leisten kannst und wirklich fünf Leute benötigst, um da, ja, also ich frage mich halt, was sie alle machen. Aber, aber, wie gesagt, also ich möchte da niemanden vor den Kopf stoßen, weil jeder muss ja das so machen, wie er sich halt irgendwie dann auch leistungsfähig fühlt oder halt seine Bestform abrufen kann. Wenn man fünf Leute dazu benötigt, wie gesagt, und dass der Sponsor zahlt, hey, dann mach das, ja. Ja, aber mich würden fünf Leute nerven. Also mich nervt ja manchmal schon eine Person, ja. Also von daher, die besten Wettkämpfe habe ich tatsächlich, wenn ich einfach alleine bin und einfach mein Ding durchziehe, ne. Ja. Also brauchst du nicht mal eine Person, die sich vielleicht so ein bisschen kümmert? Nee, gar nicht. Wenn du abschalten und dich auf den Wettkampf konzentrieren kannst beispielsweise? Nee, gar nicht. Also es ist schon teilweise angenehm, muss ich sagen, wenn natürlich jetzt du nicht jedes Mal halt so auf halb acht Stellung sein musst. Okay, wann ist jetzt Bikini dran? Wann muss ich das machen? Wann muss ich das machen, ne? Das ist natürlich schon was, was du immer mitdenken musst, wodurch du vielleicht weniger Entspannung drin hast. Aber es ist halt auch eine Person, die dann dabei ist. Also, ja, ich sag mal, wo du dann ja auch irgendwie schauen musst, was möchte die Person, ja. Und wenn du dich dann zusätzlich nach jemandem richten musst, musst du immer zurückstecken in gewisser Weise. Ja, das ist immer ein Kompromiss. Genau, korrekt. Und das ist halt was um den Wettkampf rum und das tut mir besser, wenn ich mich einfach nur um mich kümmern muss. Hättest du gern mehr Bekanntweite, beziehungsweise mehr Reichweite, hättest du gern mehr Aufmerksamkeit auf Social Media? Ah, das ist eine schwierige Frage. Du hast vorher gefragt, wie viele Follower du hast, du hast gesagt 17.000. Ist das so, dass du schon erkannt wirst, wenn du irgendwo rumläufst? Gerade so in unserer Nische, im Fitnessstudio, sprechen dich da Leute an? Das schon. Also, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin oder so, ist es mir definitiv schon passiert, dass mich Leute erkennen. Und auch immer total süß, oh mein Gott, du bist doch die Lisa, oder? Ich so, ja. Das ist mir dann immer schon fast so ein bisschen, okay, krass, der kennt mich, das ist so voll. Also, man freut sich da dann schon, aber ich freue mich dann eher, weil die Person sich freut, mich zu treffen. Nicht, weil die mich erkannt hat, sondern weil die sich freut, mich zu sehen. Und also, wo man dann auch merkt, wow, also man inspiriert Leute, man nimmt Leute mit. Und das ist eigentlich das Schönste für mich, dann dieses Feedback zu bekommen. Hey, du, das ist so toll, wie du das machst. Und das hat mich inspiriert, dass du das eben mit Kind schaffst und mit dem schaffst und mit Arbeit schaffst und alles. Und das trotzdem machst, ne? Und manche heulen rum ungefähr, wenn sie nur, ja, wenn sie nur drei Leute anstatt fünf dabei haben. Ich würde mir das schon wünschen, dass einfach ich in Deutschland vielleicht einfach auch mehr Bekanntheit hätte. Ich würde es mir schon wünschen, einfach weil das so, also wenn man sich jetzt vorstellt, eben eine Italienerin, Francesca Stoico, wo wir vorhin noch kurz geschnackt haben, die hat natürlich auch den Vorteil, wenn die in ihrem Land so gehypt wird, dass das natürlich auch was ist, was das Prestige verbessert, wodurch sie sich einfach leichter tut, sich zum Beispiel zu qualifizieren, ne? Und das ist was, das finde ich halt ein bisschen schade. Ich bin ja die beste deutsche Bikiniathletin, ja, seit sieben Jahren oder so, ne? Die Einzige, die sich irgendwie auf den Olympia qualifiziert hat. War die Valeria, oder? Genau, das war die Letzte, ne? Und dafür finde ich es halt schade, dass da… Ich war der FIBO gesehen übrigens und dachte, die kenne ich doch. Echt? Ja, ja, er war bei Cytek am Stand. Die gibt's noch krass. Die kenne ich doch. Wer ist denn das nochmal? Wer ist das denn nochmal? Ja. Und habe ich so erstmal dreimal überlegen, das ist doch Valeria Amirato, stimmt. Die war ja auch schon beim Olympia. Ja, ja. Ich habe so gedacht, wäre eigentlich gar kein schlechter Podcast, wobei ich mir denke, die kennt heute gar keiner mehr. Ja, die kennt keiner mehr. Ja, stimmt. Ja, gut. Und aber dafür laufe ich halt so unterm Radar irgendwie und das finde ich schon ein bisschen schade, weil das würde es mir halt leichter machen, ja, für Deutschland noch ein besseres Ergebnis erzielen zu können. Und halt vielleicht nicht irgendwie immer 20 Wettkämpfe jetzt, also übertrieben gesagt, machen zu müssen, um mich qualifizieren zu müssen, sondern generell, wenn man halt einfach einen besseren Bekanntheitsgrad hat. Also ich meine, Deutschland ist jetzt eh so mit dem Bodybuilding nicht so wie jetzt zum Beispiel eben in Italien oder, weiß ich nicht, also Russland oder keine Ahnung. Auch die Amis sind ja korrekt. Ja, ja, oder die Amis. Du kriegst ja Probs, wenn du rumläufst und einen dicken Arm hast. Korrekt. Und hier ist ja so, oh Gott, du schaust krank aus. Stoffer. Ja, ja. So ist ja hier immer gleich so das maximal Negativste reininterpretiert und dort so, hey, geil, cool, du gibst Gas. Ja, ja, genau. Geiles Auto hast du dir verdient. Ja, aber deswegen ist Bodybuilding in den USA auch das, was es ist dort und in Deutschland halt das, was es hier ist. Deswegen, das würde mir einfach als Athletin für Deutschland extrem weiterhelfen. Und das allein aus dem Grund, jetzt nicht wegen meiner Person, weil ich jetzt sage, oh, schaut es mich alle an, wie toll ich bin. Das ist definitiv nicht, aber es würde mir als Sportlerin einfach weiterhelfen. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich, ja. Ich frage deswegen, weil alles kommt ja so mit einem Preis einher. Und das ist jetzt so ein krasses Beispiel, aber ich denke mir das immer von mir, würde ich das wollen? Du bist jetzt Montana Black. Kennst du Montana Black? Ja. Dick Energy Drinks, kennst du? Ach so, ja, 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 ja. Der ist ja bekannt, der kann ja nicht so aus der Tür rausgehen, ohne dass ihn jemand vollquatscht. Das frage ich mich, also möchte man das? Weil klar, du hast es dann einfacher wahrscheinlich in deinem Sport, aber du kannst halt auch nirgendwo mehr hin. Ich kann jetzt nicht bei mir zu Hause in Rewe gehen und mir eine Flasche Jägermeister kaufen, beispielsweise, weil das würde sofort jemand sehen und würde sagen, so wie, da kauft sich eine Flasche Jägermeister. Weißt du, was ich meine? Also du kannst ja nichts mehr privat machen und du kannst es dir ja manchmal nicht aussuchen, wann stoppt das jetzt? Okay, 17 ist noch vielleicht zu wenig, 30 wären cool, aber 40 ist dann schon irgendwie, boah, dann bist du in jedem Gym angequatscht. Und das ist ja auch ein Zeitfaktor, dann musst du mit den Leuten reden. Man macht es ja eigentlich auch gerne, aber auch dein Tag hat nur 24 Stunden und du musst deutlich mehr reinquetschen als anderes müssen. Als andere, die fünf Leute mitnehmen zum Wettkampf, die haben wahrscheinlich irgendwie einen Pfleger zu Hause, der alles aufbaut und hinterher und das frage ich mich halt, will man das dann wirklich? Weil kontrollieren kannst du Wachstum dann ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich nicht mehr. Gut, also wenn ich jetzt nicht mehr auf die Straße gehen kann mit meinem Kind, ohne dass ich jetzt hier, weiß ich nicht, belagert werde, das ist jetzt nichts, was ich mir wünschen würde, definitiv nicht. Also, aber auf der anderen Seite sage ich jetzt mal, also im Gym, ich meine, ich bin in zwei Gyms, ja, ich bin ja immer im gleichen Gym. Also wenn ich jetzt dann mal irgendwo anders wäre und ich da mal dann angequatscht werde, da habe ich ja kein Problem damit, wie gesagt, weil die Leute, die freuen sich ja. Das ist ja genau das, was ja den Sport für mich ja auch ausmacht, dass ich ja Leute inspirieren möchte, dass ich ja, ich möchte ja zeigen, schaut mal, was möglich ist. Also, arbeitet es an euch. Ich komme auch nicht von, also ich habe auch nicht eine tolle Figur gehabt, ja, also für mich jetzt, ja, um Gottes Willen. Also, ich hatte halt eine Figur, die mir persönlich nicht gefallen hat, also habe ich daran gearbeitet und habe für mich den Körper erschaffen, der mir jetzt gut gefällt. Also, jetzt, 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 jetzt gefalle ich mir einfach besser, ja, also das ist, das ist ja ein Lebensgefühl, ne, also sich in seinem Körper wohlfühlen zu können. Das ist ja das größte Geschenk überhaupt, ne, wenn man zufrieden mit sich selbst ist. Und das ist das, was ich ja, was ich den Menschen wünsche, vor allem vielen Frauen, die sich nicht wohlfühlen. Das heißt, wenn ich da jemanden motivieren kann, inspirieren kann, an sich zu arbeiten und was für sich zu, zu machen, ne, das ist das, das Schönste für mich. Das heißt, also, da hätte ich jetzt null Probleme damit, ne, also um Gottes Willen. Und wenn es mit dem Sport weiterhilft, wieso nicht, ja, also, ein paar mehr Fotos zu machen, das ist, das ist jetzt nichts, was mich jetzt stören würde oder so, ne, also um Gottes Willen, ne. Von eins werden halt dann fünf oder zehn, okay, passt, ja. Wenn es dann 40 oder 50 werden. Ja, aber da sind wir ja noch ein bisschen entfernt. Da sind wir noch ein bisschen davon entfernt. Freunde, es geht sofort weiter für euch mit dem GANICUS-Podcast, kurze Unterbrechung in eigener Sache. Mit dem Code PODCAST spart ihr zehn Prozent auf alle unsere Supplements im GANICUS-Shop. Bedeutet, ihr bekommt immer den besten Kurs auf Top-Produkte und unterstützt außerdem noch ganz automatisch dieses Format hier. Was machst du für dein Mindset? Vor allem, um auch immer so positiv zu sein. Körperlich ist bei uns das eine. Und ich denke mir ganz oft, wenn ich dich angucke und wenn ich deine Story verfolge, eigentlich kann jeder Mensch so ein bisschen mehr Lisa gebrauchen in sich drin. Und da fragt man sich natürlich, wie machst du das? Kann man das lernen? Bist du davon überzeugt, dass man sich das aneignen kann? Oder gibt es einfach auch Menschen, die sind schon formbar, aber jetzt nicht so, dass sie so werden können wie du? Du bist schon sehr positiv. Ja, doch, das würde ich doch von mir behaupten. Also dadurch, dass ich ja das Mentaltraining auch sehr viel mache, kann ich definitiv zu tausendprozentiger Sicherheit sagen, es ist lernbar. Also glücklich sein oder zufrieden sein, dankbar sein, was ja die Grundlage ist für dieses Positive, das ist definitiv lernbar. Also zu hundert Prozent, ja. Ja, weil es ist ja was, was ich auch täglich mit den Frauen oder mit den Leuten einfach auch arbeite und ich sehe, es funktioniert, ja. Aber was ich halt immer sage eben ist, also warum das auch bei mir so intensiv ist, weil ich war halt nicht immer so. Also ich habe es halt im Leben schon ganz oft überhaupt gar nicht so leicht gehabt und habe mir halt alles, was ich jetzt habe, selbst erarbeitet. Also ich habe das nicht geschenkt bekommen, ich hatte keine Eltern, die mich irgendwie unterstützt haben, gar nichts. Also nichts von dem, sondern alles, was ich hier jetzt hier mir aufgebaut habe und das, was ich jetzt alles hier habe, das habe ich mir selbst erarbeitet, von nichts. Und ich glaube, wenn du einmal auch nichts hattest und du jetzt wirklich, also ich habe mehr, als ich mir irgendwie erträumen könnte, also ich habe ja gar keinen Grund irgendwie traurig zu sein oder negativ zu sein. Also wie? Ich bin der glücklichste Mensch überhaupt, weil ich einfach alles habe, was ich mir jemals gewünscht habe. Ganz nüchtern betrachtet ist es zu hundert Prozent so, aber du weißt, wie die Menschen sind, wir finden immer einen Grund sauer und böse und traurig zu sein. Ja, aber das habe ich einfach nicht, weil ich habe mir selber aus eigener Kraft das Leben erschaffen, was ich mir immer gewünscht habe. Und deswegen, wie ich da schon gesagt habe, ich bin halt aber auch jetzt ein sehr minimalistischer Typ an sich oder ein sehr, sehr, sehr demütiger und dankbarer Mensch einfach. Und alleine das, was ich jetzt eben nochmal in Indien auch gesehen habe, also das sind Probleme. Das erdet einen sicherlich richtig. Das sind Probleme, ja. Das, was wir hier haben, das sind keine Probleme. Wirklich nicht. Also ich sehe keins. Ja, man sagt ja immer so schön First-World-Problems. Ja, wirklich, wirklich. Ich denke mir das ganz oft, wenn du irgendwie, sei es jetzt bloß, du kaufst dir ein Handykabel, das hast du dreimal. Weil eins hängt am Computer, eins hängt im Wohnzimmer und eins hast du in der Tasche. Ist so. Das ist so First-World-Problem. Ja. Manche haben nicht mal ein Handy, um ein Kabel da reinzustecken. Ja. Und du kaufst dir drei, dass du es nicht vom Computer wegstöpseln musst und ins Wohnzimmer bringst. Ja, wirklich. Also ich bin ja auch so, aber mir ist es bewusst, ich bin dann halt einfach nicht minimalistisch, sondern ich lebe halt im Konsum irgendwo. Sich dessen Bewusstsein ist ja schon mal der erste Weg zur Besserung, weißt du, was ich meine. Aber das ist ja, Leute denken über Sachen nach und machen sich Dinge zu Problemen, die keine sind. Ja, also wenn ich höre, keine Ahnung, Jammer rein, ja, mein Auto ist jetzt kaputt, jetzt muss ich das und das reparieren. Jetzt muss ich laufen. Ja, ja, oder, oh Gott, jetzt habe ich einen Leihwagen und der ist, keine Ahnung, das ist ein Opel Corsa und der ist jetzt scheiße. Keine Ahnung, ich denke mir so, du, also zunächst mal sei mal dankbar, dass du überhaupt ein Auto hast, das kaputt gehen kann, hallo? Also manche haben ja nicht mal ein Auto. Also das ist wirklich ein Luxusproblem, dass dein Auto kaputt ist, wow, ja, super, ne? Also sowas, ja. Ja, ist schon heftig. Aber gibt es Tipps, die du Leuten mitgeben kannst, einfach sich wirklich bewusst dann drüber zu werden, was man hat? Ist das so der erste Schritt? Ja, definitiv. Also wirklich mit Dankbarkeit beginnen. Also was ich immer sage, in dem Moment, in dem du ja dankbar bist und dir einfach auch mal Dinge suchst, für die du dankbar bist, in deinem Leben, in deiner Wohnung, für dich, was du hast, was du kannst, wer du bist, ja. Ja, in dem Moment hast du ja gar keine Zeit, negativ zu sein oder dich zu ärgern. Ist das eine Strategie zu sagen, immer wenn ich sauer bin, traurig bin, genervt bin und mir über Sachen Gedanken mache, über die ich mir keine Gedanken machen sollte, einfach sagen, okay, stopp, ich suche mir jetzt was, wofür ich dankbar bin. Ist das eine Strategie? Ich habe noch nie Mentalcoaching gemacht. Also definitiv zum Beispiel. Oder halt zu sagen, wenn du jetzt irgendwie über irgendwas sauer, traurig, wie auch immer bist, sich auch erst mal zu fragen, ist es wirklich so schlimm? Ist es jetzt wirklich so schlimm? Oder ist es morgen schon wieder vorbei? Oder keine Ahnung, was kann ich jetzt tun, um meine Situation zu verbessern? Halt direkt in eine Lösung zu gehen, anstatt halt sich in diesem Negativen zu verlieren, zu sagen, okay, es ist jetzt so, ich kann jetzt nichts ändern, aber was kann ich tun, um meine Situation zu verbessern? Das wäre auch eine Möglichkeit. Was sehr viele Leute gefragt haben, finde ich immer spannend, und das kommt ganz oft bei euch Bikinimädels, und ich weiß nicht, woran das liegt, ob du selbst gesundheitliche Probleme spürst, oder ob die faktisch da sind, vor allem wegen dieser kräftezehrenden Diäten mit dem wenig Essen, und jetzt, wie du es gesagt hast, von November bis Januar, den kurzen Pausen, die da auch dazwischen stattfinden. Ist da faktisch was auf Papier, oder spürst du irgendwas? Aber es ist ja nicht dasselbe, also in Spiegel gucken und gut aussehen und sich nicht schlecht fühlen, heißt ja nicht, dass nicht Schlechtes da ist. Ja, ja, also bei mir jetzt persönlich, also faktisch auf Papier, natürlich, die Leberwerte sind immer so ein bisschen, was halt bei einem Sportler aber generell oft der Fall ist, wo ich aber halt sagen muss, ich tue schon sehr viel auch dafür, dass einfach mein Körper einen gewissen Gesundheitsstandard erhalten bleibt. Also ich achte da schon extremst drauf, würde ich sagen, bin da jetzt niemand, der das irgendwie schleifen lässt oder sonstiges, sondern da schaue ich schon sehr drauf, dass das alles so gesund wie nur irgendwie möglich ist. Was ich jetzt bei mir zum Beispiel merke, von Diät zu Diät wird meine Sehschwäche immer schlechter. Ja, hast du schon eine, ja? Das ist schlimm. Also du siehst mich gar nicht so richtig, oder? Also ich trage normalerweise Kontaktlinsen, weil in die Weite ist alles mega verschwommen und es wird wirklich von Diät zu Diät immer schlimmer. Und irreversibel schlechter oder erholt sich das dann, wenn du mal einen Monat dann Auszeit hast? Es wird ein bisschen besser immer dann, wenn ich ein bisschen mehr zu essen habe, aber danach wird es sofort wieder noch schlimmer. Also das ist was, was ich jetzt gemerkt habe über die Jahre. Also meine Sehschwäche, die hat es mir jetzt, das Diät nicht gedankt. Also da muss ich definitiv Kontaktlinsen reinmachen oder mich jetzt dann mal um eine Brille kümmern. Oder lasern. Oder lasern, ja. Also das ist jetzt was, aber ansonsten körperlich, ich meine, gut, was ich definitiv spüre körperlich ist, wenn ich halt wirklich, ja, zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf bin und der Körperfettanteil halt wirklich sehr niedrig ist, dass ich halt wirklich überall so meine Sehnen spüre, meine Bänder irgendwie teilweise spüre. Auch so gewisse Verletzungen, die ich schon mal hatte im Training, die halt jetzt in der Regenerationsphase oder in der Offseason überhaupt gar nicht so spürbar sind, die fallen dir dann schon in der Diät wieder auf, weil dein Körper halt einfach das gar nicht so mehr kompensieren kann. Also das ist schon was, was ich definitiv spüre, dass mir halt einfach mehr weh tut. Ja, kann aber auch daran liegen, dass ich schon 30 bin. Na gut, ich kann dir sagen, mit 34 wird es nicht besser. Wie handelst du das Thema Wettkampfsport und Periode, Menstruation, das ist bei den Frauen immer sehr viel gefragt, habe ich auch wieder ganz viele, ganz viele Fragen bekommen, weil die, glaube ich, selbst betroffen sind. Oder stellt sich überhaupt das bei dir als Problem da, ist ja die Frage. Da muss ich halt jetzt auch ehrlich sein bei mir, also es ist jetzt nichts, was für mich persönlich eine Rolle spielt, weil ich einfach das Thema, also es ist natürlich jetzt nicht das Einzige, was da mitspielt, aber das Thema Kinder habe ich für mich jetzt abgeschlossen. Also ich möchte auch keins mehr, das ist für mich völlig ausreichend. Ja, aber das ist ja dann schon mal, du brauchst es dann nicht mehr dafür zumindest. Genau, also dafür. Nichtsdestotrotz, ein funktionierender Körper ist. Korrekto, ja, ist richtig. Also dafür ist es für mich jetzt mal irrelevant, also ich habe jetzt meine Periode, also ich weiß halt, wie ich sie wiederbekomme, das heißt, also ich kenne halt einfach meinen Körper in- und auswendig und ich weiß halt auch, wie das geht. Das heißt, ich habe halt dann geschaut, dass ich meine Periode im Dezember wiederbekomme, in der einen Monat Pause habe ich es tatsächlich geschafft, die zu bekommen. Das ist ja aber schon mal stark. Das ist richtig gut, ja, aber seit Januar habe ich es jetzt schon wieder nicht mehr. Also ich hatte es letztes Jahr eben, ja, im Januar hatte ich sie, glaube ich, noch einmal, dann wieder das ganze Jahr nicht, im Dezember einmal und jetzt eben ab Januar schon wieder gar nicht. Also jetzt schaue ich eventuell, aber wahrscheinlich ist es der Zeit wieder ein bisschen zu knapp, dass ich es vielleicht jetzt nochmal bekomme und dann habe ich sie wieder nicht mehr. Also das ist bei mir wirklich Fakt, also sobald ich in den gewissen, gewisse Kalorien habe, habe ich einfach meine Periode nicht. Das weiß ich, wie mein Körper funktioniert, ist so, muss ich jetzt für mich akzeptieren. Was ich aber nicht, also ich würde es nicht empfehlen, für jemanden, der jetzt nicht Profiathletin ist und das, weil das ist mein Job, mein Job ist größtenteils einfach Profiathletin zu sein, weil dadurch vermarkte ich mich auch, dadurch verdiene ich mein Geld letztendlich. Deswegen ist es für mich jetzt ein, ja, etwas, was ich auf mich nehme, aber das würde ich jetzt niemand anderen empfehlen, das zu akzeptieren oder die Periode irgendwie nicht wiederbekommen zu wollen oder sonstiges. Manche machen das ja auch mit Absicht. Würde ich definitiv aus gesundheitlichen Gründen überhaupt gar nicht empfehlen, wenn man jetzt eben nicht den Sport auf dem Niveau betreibt, wo ich das jetzt mache. Was machst du dann in der Zeit, wo du sagst, das hört sich ja bei dir an, als könntest du einen Schalter drücken. Ist das wirklich nur Kalorien? Kalorien und ich schaue meine Blutwerte an, also ich hole sofort meine Blutwerte und schaue halt, wie meine Schilddrüse aktuell ist und demnach schaue ich halt, welche Supplements ich in welcher Menge supplementieren muss, beziehungsweise halt auch die anderen Werte schaue ich mir an, also die Hormone und vor allem, also vor allem Hormone und die Schilddrüse schaue ich mir an. Und weiß dann genau, okay, bei dem und dem Wert weiß ich, dass ich meine Periode bekomme. Das heißt, ich weiß genau, wie viel, von welchem Supplement ich dann nehmen muss, dass ich meine Periode bekomme und so stelle ich das dann immer ein. Das macht dir wahrscheinlich auch den Kopf frei, weil du weißt, ich kann es einfach wieder bekommen, wann ich es möchte und dann funktioniert mein Körper wieder so. Ja, das ist cool. Du kommst ja aus einer Vergangenheit, der Essstörung ist kein Geheimnis. Nein. Und was sagst du den Leuten oder was antwortest du darauf, wenn Menschen sagen, Essstörung gehabt, Bodybuilding, in die nächste Essstörung geraten? Ja, das kriegst du bestimmt vor den Kopf geworfen schon auch mal, oder? Ja, eigentlich bis dato noch nicht. Okay, dann bist du jetzt das erste Mal am Start bei uns, weil bei uns kriegt man sowas immer vorgeworfen. Ja, ja. Es ist ja ein, ich glaube, schlüssiger Gedanke wäre die falsche Begrifflichkeit, aber es ist ein nachzuvollziehender Gedanke, weil wir uns ja im Bodybuilding-Sport schon auch sehr beschränken, Kastein und irgendwie auf Minimum runterdiäten und das dann schon auch irgendwo eine Störung ist. Ich finde es eine gesündere Störung zu sagen, ich habe meine regelmäßigen Meals, die ich zu mir nehme und esse nicht gar nichts. Aber kannst du ja mal sagen, wie du das für dich einordnest, wie du reagieren würdest, wenn jemand das jetzt zu mir auf der Straße sagen würde. Also meine Meinung zu dem Thema ist halt generell, was ist denn normal? Also wer definiert denn, was jetzt hier eine Störung ist und was keine Störung ist? Gibt es bestimmt Klinik, wie man das beschreiben kann, aber ich weiß es nicht. Natürlich, aber generell gesehen finde ich das, wie du eben auch sagst, eine bessere Störung, seine Ernährung gesund zu kontrollieren. Ich meine, eine Wettkampfdäte müsste ich jetzt davon definitiv ausschließen, weil eine Wettkampfdäte ist natürlich ein kontrolliertes Verhungern. Kontrollierte Erststörung. Ja, eine kontrollierte Erststörung, das hat ja nichts mit Gesundheit zu tun. Das muss man natürlich im Vorweg nehmen. Das ist nichts, was in irgendeiner Art und Weise mit Gesundheit zu tun hat. Aber ich finde es besser, wenn man einen festen Mealplan hat, an dem man sich hält, um halt sicherzustellen, dass man eben irgendwie Progress macht oder eben genug Nährstoffe zu sich führt. Natürlich ist das Ganze auch ausgewogen gestaltet und so weiter. Finde ich das die wesentlich bessere Störung, in Anführungsstrichen, als wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, ich esse wie der Orthonormalverbraucher Wurst, Käse, Pizza, Burger, heute mal einen Döner hier diesmal. Also, dass man sich nicht mal auch mal einen Döner genehmigen kann, das steht ja außer Frage. Bei einem gesunden, ausgewogenen Lifestyle. Ja, aber das ist für mich die eigentliche Störung, dass man, also die Lebensmittel im Supermarkt, das ist für mich eine Störung. Ja, also die ganzen Zusatzstoffe, das ganze Verfetten der Gesellschaft, das ist für mich eine Störung. Ja, und wenn man auf sich achtet und auf seinen Körper achtet und ihm einfach auch was Gutes tun will und dementsprechend auf seine Ernährung achtet, finde ich das eigentlich, ja, das finde ich persönlich, ja, die bessere Störung oder die bessere Abnormalität, sagen wir es jetzt mal so. Würdest du sagen, es wäre noch eine Störung, wenn du jetzt den Wettkampfsport nicht betreiben würdest und du hättest halt einfach so deinen Ernährungsplan von vier, fünf, sechs Meals am Tag, die du strikt dann isst, so wie sie auf dem Plan stehen, ist das schon eine Essstörung? Ich frage mich halt so, was ist denn, was ist, was ist nicht normal, weil normal ist immer Durchschnitt der Gesellschaft und das ist scheiße. Eben, das finde ich nicht normal, ne? Das will man ja auch nicht sein irgendwie, also würde ich auch sagen, möchte ich nicht sein. Ja. Ich glaube so, was nicht essgestört ist, wenn ich einfach sagen kann, ich gehe jetzt nachher zu McDonalds, was ich vielleicht heute machen werde, weil ich noch nicht richtig was gegessen habe und auch nicht mehr viel zum Essen kommen werde und mir dann keinen Kopf drum zu machen, dass ich dort heute hingehe, weil das ist eine absolute Ausnahme. Wann hast du das letzte Mal was gegessen außerhalb der Meals, die auf deinem Plan standen? Und was war das? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Vielleicht ist es jetzt sehr spontan, aber es würde mich tatsächlich echt interessieren. Ja, gerne. Also ich meine, das ist ja auch was, was ich über die Jahre lernen musste. Und es ist jetzt auch, zum Beispiel, was ich total wichtig finde, ist, gut, in der PrEP ist das jetzt wieder ein bisschen was anderes, aber wenn du jetzt in der Regenerationsphase bist oder in der Off-Season bist, ja, oder generell einfach nur ein Lifestyle-Athlet bist, ne, und du schon dein Essen sowieso auf dein Essen aufpasst irgendwie, ne, dass du dann zunächst mal, also zum Beispiel für meine Kunden finde ich das wichtig, dass die ungefähr einmal in der Woche auch mal was anderes essen gehen. Und zwar wirklich ohne Kopf, also nicht dann da auch noch dran sitzen. Also das finde ich zum Beispiel eine total, also zu viel des Guten, wenn man einfach alles trackt. Das finde ich total schlimm. Und so Eyeballing. Ich gucke jetzt, wie viel Brokkoli könnte es jetzt beim Blockhaus sein, was du mir da auf dem Teller gemacht hast. Genau, das finde ich schlimm. Und bitte nicht mit Öl braten oder sowas. Wenn du kein Wettkampfathlet bist, das finde ich wirklich krank. Das finde ich auch krank. Das ist schon so eine Waage mitnehmen fast. Ja, ja, genau. Also das finde ich schlimm, dass wenn du dann schon mal draußen isst, ne, dann sollst du das doch genießen und bitte nicht dann hier, okay, wie viel Gramm Fleisch ist es jetzt, dass ich sie in meine App eintragen kann? Mit wie viel Öl ungefähr ist das gebraten? 10 Gramm, 18 Gramm Öl eintragen? Komme ich hier noch irgendwie, kann ich das reinfitten oder so? Das finde ich krank, weil ich finde es wichtig, wenn man dann sich mal was außerhalb des Planes auch einfach gönnt, ne, dass man dann da hingeht und genießt und den Kopf frei hat. Also nicht dann auch noch das irgendwie tracken oder sich Gedanken macht, ne. Das finde ich wichtig auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite natürlich eben dieses, also ganz strikt, ne, also wenn da jetzt auf dem Plan steht, keine Ahnung, 50 Gramm Reis, ja. Und dann sind es halt mal, keine Ahnung, 55. Also dass man dann 5 Gramm rausnimmt, also es muss halt nicht sein, ja. Das mache ja nicht mal ich in der tiefsten Wettkampfpreppe, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, es ist ein Eiklar reinmacht, ne, ob das jetzt hier 150 oder 165 sind auch mal, ja, ist doch scheißegal. Das macht dich nicht besser oder schlechter, ja, also das finde ich halt wichtig, dass man sich da nicht so arg verkopft, sondern ein bisschen mehr Leichtigkeit in die ganze Sache auch reinbringt, ja, weil dann machst du es auch länger, ja, machst du es länger und wenn du ein bisschen entspannter bist, dann ist es auch für deinen Körper, deinen Kopf besser, ja. Also das versuche ich immer ein bisschen beizubringen, wie gesagt, natürlich bei jetzt, bei jetzt Sachen wie Nussmus oder, also so Fetten oder so, ne, da machen dann 10 Gramm schon einen Unterschied, das ist ja logisch, aber ob das dann mal 1 Gramm mehr oder weniger ist, ist da auch noch in Ordnung, wie gesagt, man muss auch nochmal Off-Season und Prep unterscheiden, aber da sich halt nicht so stark zu verkopfen und nicht das so, so intensiv zu machen, dass du so verbissen bist, ne, also das finde ich schon auch noch ein bisschen wichtig, ja. Was isst du denn, wenn es außerhalb vom Plan ist, also wenn jetzt nicht Wettkampfprep ist und auch nicht dazwischen, weil jetzt dazwischen, das ist ja bei dir dann auch, kannst jetzt nicht 5 Kilo hochgehen. Ja, nein, nein, um Gottes Willen, das ist nicht möglich bei mir. Aber wenn jetzt mal irgendwie absehbar wäre, 5 Monate ist mal chillig. Also ich muss halt für mich sagen, dadurch, dass ich meine tägliche Ernährung so sehr liebe, ja, und ich halt da schon darauf achte, dass ich natürlich die Sachen esse, die mir gut tun, die mir schmecken, ne, ich bin da, aber halt auch einfach so, dass ich viel lieber einen großen Salat mit Sprossen, Superfoods rein, ne, irgendwie, sowas, ne, das esse ich halt einfach viel lieber als eine Pizza oder so, weißt du? Das ist schon hart, wenn man mit dir redet und du sagst, du bist in den USA und das erste, was du essen willst, ist ein Apfel. Ja, also das ist für mich, ja. Ich denke mir so, hier, keine Ahnung, Wendy's und dort Denny's und dort IHOP und du, das lacht mich einfach nicht an. Ich will einen Apfel essen, das ist das Letzte, was ich jetzt hier in Amerika eine Woche essen will, ist ein Apfel. Aber das lacht mich einfach nicht an. Und ich esse gerne Obst. Ja, nein, also das ist, aber weißt du, das ist halt einfach, wenn du natürlich auf, also so ausgehungert bist, ne, und du dann auch den Wettkampftag so gut wie ja nichts trinkst, ne, und ein Apfel, weißt du, wie der schmeckt? Naja, kann ich mir vorstellen. Für mich ist es eher dann diese Quality-Time mit meinem Sohn zusammen, ne, der hat sich, und ich habe ihn halt gefragt, schau mal, Schatz, Mami wird jetzt was essen, was außerhalb halt des Plans ist, ne, du darfst es aussuchen. Das hätte ich jetzt gefragt. Genau. Und dann hat er sich einfach ausgesucht, dass wir zusammen eine Pizza machen. Machen. Genau. Und dann ist das die Experience. Genau, und das ist halt das Quality-Time, weißt du, wir gehen nicht raus, essen oder so, ne, du, wir haben hier dann den Teig gemacht und halt zusammen, weißt du, einfach dieses zusammen machen und das belegen. Und er darf für mich halt das raussuchen und so, weißt du, das ist halt einfach, das ist so, das ist viel, das ist einfach die Erfahrung mehr als dann das Essen letztendlich selber, ne. Aber der Lüner, das weiß ja sowieso, er hat mir dann halt einfach Thunfisch und Fetalai draufgelegt, weißt du, das ist ja dann auch letztendlich, und wir haben eine Vollkornpizza gemacht. Also was ist das an Cheat, ja, im Anführungsstrichen, das ist ja immer noch gesund, ja. Geht er auch mal zu McDonalds? Wie sieht so seine Ernährung aus? Dann nimmst du ihn wahrscheinlich so sehr strikt, strikt auch mit, was du machst, einfach um ihm so vorzuleben, was ist gesund, was ist nicht gesund, was ist normal und was ist zwar normal, aber nicht gut. Ne, das mache ich eigentlich nicht, muss ich sagen, also ich frage einen Lüner das immer, was er essen möchte, worauf er Lust hat und dementsprechend koche ich ihm das halt dann, ne. Und der Lüner ist zum Beispiel von Anbeginn, also der isst kein Fleisch, weil es ihm einfach nicht schmeckt, also warum auch immer, ich zwinge ihn auch nicht dazu, aber er mag es halt einfach nicht, ne. Also deswegen, es schmeckt ihm einfach nicht, er ekelt sich davor, also er möchte es nicht, ne, er möchte auch keine Eier essen oder so, ne, also so ein Rührei oder sowas brauche ich ihm nicht machen, ne, oder sowas, mag er einfach nicht. Das heißt, er ist eigentlich von Anbeginn so, ja, er ist eigentlich, ja, wie nennt man das, Lacto-Veganer oder Lacto-Vegetaner, wie auch immer. Ach du Scheiße, genau, wenn du es irgendwo in die Schublade packen und so, ja, ist er immer das, was er essen will, so ist das alles cool. Ja, so, genau, also er isst einfach nach Gefühl, was ihm halt schmeckt und was ihm nicht schmeckt, ist er halt nicht, hey, ja, also das ist für mich voll fein und das heißt, ich koche ihm halt ganz normal, was er halt essen möchte, ne. Und das eine ist Spaghetti mit Tomatensauce, ne, dann sagt er mir aber auch einfach, Mami, können wir was bestellen oder so, wenn er eine Pizza bestellen möchte, dann bestelle ich ihm eine Pizza, ja, also da bin ich komplett frei, ja, weil ich weiß ja, 80 Prozent isst er mir ja gesund, ne, weil dann schneide ich ihm Apfel auf, also ich achte natürlich sehr drauf, ne, ich schneide ihm Apfel oder Obst und Gemüse und er isst mir ja sowieso Salat, ne, neulich sind wir, in der Stadt waren wir einfach unterwegs, dann hat er sich einfach eine Pokeball, hat er sich zusammengestellt, also er ist da schon, ähm, doch sehr gesundheitsbewusst, glaube ich, aber einfach, weil es ihm auch schmeckt, weil er halt von Anfang an, glaube ich, auch von mir so ein bisschen so erzogen wurde in die Richtung, aber, äh, wir gehen auch mal zum McDonald's, wenn ich mir einen Kaffee hole, ne, bei McDonald's und ich frage, magst du irgendwas, dann isst du auch mal Pommes oder, ne, also, es gibt nicht viel, was da bei McDonald's ist, ja, genau. Aber wenn er kein Fleisch isst, dann isst er kein Burger und auch keine Nuggets und auch keine Salami auf der Pizza, mag er alles nicht? Mag er alles nicht, ähm, aber er isst zum Beispiel einen Veggie-Burger manchmal, ne, also das schon, ja, ob das dann ja gesünder ist als jetzt ein Fleisch-Burger oder anders, also sicherlich nicht, ist total egal, richtig, das ist total egal, ja, ob das jetzt mit oder ohne Fleisch ist, dann auch schon egal, ne, ähm, aber da bin ich überhaupt, also, ich bin da total locker, weil ich möchte ihm ja, äh, nichts verbieten oder, äh, ihm was vorschreiben, sondern er soll einfach nach seinem Gefühl agieren, ne, und das ist es, was er tut, und dementsprechend, ähm, schaut dann auch seine Ernährung aus, ja. Was war das Letzte, was du gegessen hast, was so typisch dem nahe kommt, was jetzt andere Leute als Cheaten sehen würden, Burger, Pizza, Sushi oder was? Ja, das wäre dann die selbstgemachte Pizza tatsächlich. Ja, das ist so, ich fühle mich wie mit Matthias Botthoff, der auch immer so, ja, wir machen dann selber Pizza und dann gönne ich mir mal zwei Kugeln Eis, so. Nein, ich schmecke mir auch nicht, hey, sagst du. Ich will doch nur irgendwas hören, was so in meinem Kopf Sinn macht als Cheats. Okay, aber warte mal, dann muss ich überlegen, weil das war dann, äh, ja, also seid schon mega lang her, ne? Das gerade wollte ich sagen, das hört sich schon an, als hättest du, ja, ich hab gestern beispielsweise Nutella-Crosse ausgegessen, die gibt's jetzt nicht. Ja, gut, sowas, das ist. Die gibt's jetzt in der, in der Kühltruhe. Ja, ich mach das. Also, aber, aber nicht, weil ich's nicht mir, mir genehmigen würde, ja, sondern weil's mir halt einfach nicht schmeckt, also es schmeckt mir halt nicht, ne? Doch, das schmeckt schon gut. Weißt du, dann, dann, dann hab ich nichts davon, also. Ja, guck mal, wenn du 1600 Kalorien kannst, das hab ich gestern in drei Croissants gegessen. Nach dem Abendessen. Ja, sehr gut. Ja, für dich ist es ja wunderbar, aber ich kann mir das halt einfach, ja. Ja, ich bin auch 1,90 Meter groß und mit über 100 Kilo, ich kann schon ein bisschen mehr vertragen, ja. Das passt bei mir halt einfach nicht rein, ne, was aber auch nicht schlimm ist. Magst du Sushi? Ja, stimmt, Sushi mag ich gern, ja. Sushi mag ich gern. Also, Sushi find ich jetzt eher ein Clean-Cheat, oder? Ja, also, ja, ja, ja. Mit Sushi fütter ich manchmal meine Athleten gerne auf. Das ist ja so ganz schwer zu tracken, gell? Ja, das ist ein bisschen schwieriger, aber ich sag dann immer halt genau das und das machen wir, ne? Das mach ich ganz gern. Das ist so ein Cleaner-Cheat, sag ich mal, ja. Was isst du denn, um dann nochmal den Bogen zum Wettkampf zu schlagen, was isst du denn nach dem Mr. Olympia als erstes? Dieses Jahr? Ja. Hast du schon überlegt? Oh Mann, wenn ich das schon wieder sage, dann schimpfst du mich wieder. Ich schimpf ja gar nicht. Schüttelst du wieder mit dem Kopf. Du, ich werde wieder, weil in den USA letztes Jahr war ja, also das war an Obst- und Gemüseauswahl dort und an Sprossenauswahl, oh mein Gott, ich war im Paradies. Salatauswahl, oh mein Gott. Also, das heißt, ich werde halt wieder vorher in den Supermarkt gehen und mir einfach alles raussuchen an Salat, Sprossen, Obst, Gemüse, was mich anlacht, ne? Ähm, und werde mir das dann zubereiten. Zum Beispiel in, ähm, jetzt nach, jetzt stimmt es nach Alicante, habe ich mir Pulpo gemacht. Es war so ein bisschen Tintenfischarme, habe ich mir angebracht. Das magst du auch. Das war arschgeil. Das, das mit, das mit Salat, euer Gottes Willen. Und Käse, ich bin ja so ein Käseliebhaber. Und da suche ich mir aber dann immer halt so einen speziellen Käse raus, den ich halt noch nie probiert habe, ne? Dass ich so einen neuen Geschmack irgendwie habe. Das war so, ich bin so ein Käseliebhaber, so ein Käsegourmet. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wir gehen am Sonntag nach dem Mr. Olympia ins Restaurant, dann kommst du mit Tupperdose oder findest du da was auf der Karte? Nee, oh Gott, das mache ich nicht. Also da finde ich sicherlich was auf der Karte. Also es kommt darauf an, wo wir hingehen, aber es gibt sicherlich überall irgendeinen Salatengeilen, ne? Den würde ich halt dann nehmen. Vielleicht noch ein geiles Steak dazu. Also ich bin halt auch ein Fleischliebhaber, ne? Das muss man auch sagen. Also so ein geiles, großes Steak oder so. Oder halt, ja gut, Fisch würde ich jetzt im Restaurant vielleicht weniger essen, weil ich sonst in der Peak Week derzeit Fisch essen muss. Das reicht mir dann eigentlich. Aber so ein geiles Stück Fleisch, damit hat man mich auch, ja. Gibt es noch weitere Wettkämpfe jetzt vor Mr. Olympia? Ja, definitiv. Ja? Ja. Also mach es jetzt nicht Off-Season. Also ich finde es, also wie ich erklärt habe, ich finde es schon wichtig, dass ich mich vorher nochmal ein bisschen zeige. Das heißt, ich bin halt jetzt am überlegen. Ich schätze jetzt in zwei Wochen Portugal ist mir zu knapp. Vielleicht in drei Wochen Niederlande. Das ist aber dann halt auch der letzte Wettkampf jetzt in, also Amsterdam ist das ja. Das ist dann der letzte Wettkampf in Europa erst mal für eine längere Zeit. Das heißt, den müsste ich dann noch mitnehmen, weil sonst habe ich halt keine Auswahlmöglichkeiten mehr. Aber was ich schon gebucht habe, es geht auf jeden Fall im August drei Wochen in die USA. Da nehme ich nämlich Lollidas auch mit. Kommt er auch mit zum Olympia wieder? Leider dieses Mal nicht, weil er halt keine Ferien hat. Das betrübt mich so ein bisschen. Er hat halt keine Ferien. Ich kann ihn nicht so lange aus der Schule rausnehmen, leider. Das betrübt mich. Also da bin ich traurig. Aber deswegen habe ich gesagt, okay, dann machen wir vorher drei Wochen in den USA. Das ist nur in den Sommerferien dann? Genau, das ist halt in den Sommerferien. Das ist super. Und ich mache zwei Wettkämpfe. Also einmal, es ist noch ein bisschen Geheimnis. Ich weiß nicht, ob ich es droppen soll. Na klar, du hast es droppen. Okay. Warum soll das ein Geheimnis sein? Wenn es dann nachher nicht klappt, weil du krank bist, dann ist es halt so. Ey, natürlich klappt das. Weiß ich ja nicht, aber dann kannst du ja auch rauslassen. Du, ich bin schon angemeldet. Da kann nichts passieren. Also, du bist doch die beste Bikini-Athletin in Deutschland. Wer soll kommen und es kaputt machen? Das ist richtig. Also, der erste Wettkampf ist dann in, wie heißt das, Texas? Texas Pro. Texas Pro mache ich, genau. Und dann machen wir eine Woche Miami mit dem Lundias. Also, dann machen wir Urlaub. Eine Woche Urlaub in Miami. Weil, ja, ihr wollt unbedingt machen Miami, warum auch immer. Ja, weiß ich nicht. Aber scheint da gut zu sein. Also, ich habe gesagt, okay, gut, dann schenke ich dir das. Machen wir. Das ist ja nicht weit weg von da, wo wir das letzte Mal waren. Echt? Ja, gut. Orlando, Miami. Ah ja, okay. Gut, das ist weit weg, aber für die USA ist es cool. Ich habe geguckt, weil ich wollte Basketball schauen, habe geschaut, welche Spiele es sind. Und Miami wäre gewesen. Und von uns aus wären das aber drei Stunden im Ort gewesen in Orlando. Das ist schon krass. Aber wir haben ja trotzdem Basketball geschaut dann. Aber halt Orlando Magic dann. Das war dann so 20 Minuten. Cool. Ja. Und dann, die letzte Woche mache ich dann Phoenix. Also, das ist, wie heißt der? Genau, Arizona. Dann ist James Wundert. Phoenix, wie heißt das der? Wings of Strength. Wings of Strength, ja. Das sind sehr Frauen bedacht. Korrekt. Und das wollte ich unbedingt machen. Also, das sind nur Frauen. Das ist richtig geil. Und ich glaube, der ist halt auch organisatorisch richtig. Ich habe ja noch einen Wings of Strength, habe ich noch nie gemacht. Deswegen, das wollte ich unbedingt mal machen. Das heißt, ihr habt drei Wochen zu zweit in den USA unterwegs. Genau, ja. Wie ist es dann? Darf er da mitkommen? Weil es ist doch auch immer so blöd mit Kindern, oder? Oder war das nicht? Nee, da habe ich bis dato immer positive Erfahrungen gemacht. Ja? Ja. Immer. Immer. Also, egal, wo der Loniers jetzt dabei war, der durfte überall mit. Ich musste dem nicht mal eine Karte kaufen. Okay. Du seid einfach zu zweit dann da unterwegs und macht Wettkämpfe. Ja. Okay, cool. Ja, ja. Also, zwischen der Woche Urlaub und dann wieder was kann man. Wie sieht dann so der Zeitplan aus bis zum Mr. Olympia? Das heißt, du bist jetzt so ein bisschen, schwebst so, konservierst und gehst dann eventuell Amsterdam. Genau. Also, wie ich schon erklärt habe, ich kann ja eh keine großartige Off-Season machen. Ich brauche nur einfach ein bisschen Erholung, weil das mit dem Magen Darm mich halt schon ziemlich mitgenommen hat. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Was auch halt die Talie natürlich dann bei einer Bikini-Klasse negativ beeinflusst. Und das ist halt nichts, was man will. Das heißt, da muss ich mich jetzt aktuell so ein bisschen drum kümmern, dass das wieder gut wird alles. Und da brauche ich auf jeden Fall noch eine Woche Zeit. Deswegen weiß ich halt nicht, ob Portugal zu knapp ist. Aber schließt du nicht aus? Schließe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus. Bin ihm aber einfach wirklich noch unsicher, ob ich das machen soll. Wäre aber möglich. Also, wenn ich es bis dahin hinbekomme, dass ich wieder gesund bin, dass ich merke, mein Magen-Darm-Takt hat sich erholt, dann stünde es zur Debatte. Aber also zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht sicher. Welchen Look willst du bringen zum Olympia-Spezial? Hast du das überlegt? Sieht der ein bisschen anders aus als Spanien, ein bisschen anders aus als Indien? Ist es immer so mehr oder weniger dasselbe? Du willst es einfach auf den Punkt treffen? Es ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe, sage ich mal. Weil, also bis dato muss ich auch sagen, bis jetzt die Show halt in Alicante, die ich jetzt hatte halt, also die M-Pro, war ich auch immer on point. Also, da gibt es nichts, wo ich sage, oh, du warst jetzt außer Form oder so. Sowas gibt es bei mir nicht. Also, wie gesagt, ich sehe das als meinen Job an, da abzuliefern. Ja, und das habe ich bis dato immer geschafft. Na, jetzt war es halt gesund, gleich bin ich ein bisschen scheiße. Aber ansonsten war ich immer recht zufrieden. Ja, genau. Und das ist auch die Form, die ich wieder bringen möchte. Also, einfach meine Bestform. Was ist das Ziel von Mr. Olympia? Gibt es schon eins? Ja, also, dieses Jahr... Ist ja irgendwie doof, wenn man sagt, ich bin letztes Jahr geteilte 16. geworden von 52 Athleten. Das ist ja dann irgendwie nicht mehr messbar. Ja, gut, also, es ist schon irgendwo messbar, weil du kannst ja anhand der Callouts und deiner Stellung im Line-Up, kannst du ja schon irgendwo sagen, wo du platziert wurdest. Und bei mir war das ja so 22, 23. Platz war es, ja. Was ja jetzt von 52 gar nicht so schlecht ist. War das vierter Callout, wo du warst? Oder dritter noch? Vierter. Bei Frauen stellen es immer mehr nebeneinander. Vierter war es. Vierter. Vierter war der Vierte. Das heißt, ich möchte mich halt einfach hocharbeiten, ne? Also, Ziel ist definitiv Verbesserung zum letzten Jahr, ne? Also, das denke ich, werde ich auch auf jeden Fall schaffen, ja? Ziel auch wieder auf jeden Fall, beste Europäerin zu sein. Das wäre auf jeden Fall wieder Ziel, ne? Ja, gut. Die Phoebe war ja letztes Jahr beste Europäerin, ne? Die Phoebe war die... Phoebe Hegan, die Engländerin ist das, genau. Mit dem Locking, genau. Bis zum Halbdunkel. Ja, und die kommt ja dieses Jahr gar nicht. Von daher... Aber die finden das nur schöner Bikini-Athletin. Die ist auch attraktiv so. Ja. Also, natürlich attraktiv. Ja. Du weißt, in der Bikiniklasse immer so einen schmalen Grat zwischen... Zu aufgesetzt irgendwie. Ja. So zu fake, wie du vorher gesagt hast. So dieses... Weiß ich nicht. Ja, da gibt es manche. Halt auch die dann... Kann auch sein, das ist so voll die Doofe irgendwie, aber die kommt immer sehr natürlich, sympathisch rüber. Nee, nee, nee. Also, die mag ich echt gerne. Also, die ist auch total... Die ist immer total witzig. Also, die ist echt... Gut, ich kenne sie jetzt nicht. Die möchte ich jetzt nicht so viel sagen. Also, aber was ich bis dato von ihr gesehen habe, fand ich sie ganz, ganz lieb. Ja. Genau. Und die kommt dieses Jahr nicht, weil die auf jeden Fall Off-Season machen muss. Die war auch bei der Arnold schon... Bisschen dünn, gell? Ja, also, die... Das ist auch groß, oder? Ja, ja. Also, das war ein bisschen erschreckend für mich, weil die war echt schlecht. Also, die war richtig schlecht. Also, so habe ich die noch nie gesehen. Das hat mich ein bisschen schockiert. Aber gut. Deswegen ist es gut, dass sie jetzt mal Off-Season macht, denke ich mal, weil sie braucht das. Genau. Deswegen stehen meine Chancen, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich möchte mich auf jeden Fall verbessern. Klar, Ziel, number one, ist natürlich in die Wertung zu kommen. Gerade wollte ich sagen, das ist wahrscheinlich so einfach das Ziel. Das wäre das Affengeilste, was ich erreichen könnte. Also, das ist ein Definitivziel und darauf werde ich hinarbeiten, bis ich umfalle. Dann Abschlussfrage. Ja. Worauf freust du dich am meisten in Las Vegas, außer den Apfel und außer den Wettkampf? War es schon mal in Las Vegas? Nein, noch nie tatsächlich. Ich war ja schon mal 2018 bei Mr. Olympia. Ja? Aber noch in Las Vegas, ja. Ach, geilo. Ja, aber da war er noch in dieser ganz alten Location, dieses Orleans Arena. Okay. Dann ist es ja zwischenzeitlich irgendwie auf dem Strip gewechselt, da Planet Hollywood. Und da ist es, glaube ich, dieses Jahr wieder auf dem Strip. Nicht mehr dort, aber es ist ja Resort World, heißt es ja, wo es stattfindet. Was freue ich mich am meisten? Also, ich glaube, einfach wieder auf das Drumherum, weil das fand ich tatsächlich am allerschönsten. Weil ich meine, der Wettkampf an sich war halt wieder mega schnell vorbei irgendwie. Weil wenn du dann halt auch nicht auf die Finalbühne natürlich darfst, dann bist du da im Prejudging. Und dann war es das letztendlich. Und dann bist du um 10 Uhr in der Früh, bist du irgendwie durch. Das heißt, das Drumherum war eigentlich am allerschönsten. Klar, dieses Jahr ist es halt ohne in Lunisas. Das heißt, das wird für mich natürlich dann, ja, ein bisschen mehr schade, sage ich mal, wenn er nicht dabei ist. Aber zum Beispiel auch das Interview, das wir dann zu euch gefahren sind. Das war für mich ein totales Highlight, weil ich das erste Mal bei Gannikus war. Tatsächlich, ja. Ja, das war für mich ein totales Highlight. Das war so schön. Das war so eine Ehre auch für mich, weil ich mich so gefreut habe, da stattfinden zu dürfen. Also einfach auf das Drumherum, glaube ich, freue ich mich wieder am allermeisten. Da so in den Gyms auch dort dann zu trainieren, weil die Gyms ja da auch so geil sind in den USA. Und eben diese Supermärkte da mit dieser Lebensmittelauswahl. Also wieder eine neue Stadt kennenlernen zu dürfen. Aber ich war noch nie in Las Vegas. Also ich glaube, so das Drumherum wird für mich wieder einfach das Schönste sein. Bist du dann alleine unterwegs, so mehr oder weniger? Ja, also ich bin definitiv alleine unterwegs. Also ich denke, die Jenny wird auf jeden Fall auch da sein. Lena ist ja eh auch schon qualifiziert. Genau, die ist eben auch qualifiziert. Also die Jenny wird auf jeden Fall da sein. Und tatsächlich eine Lifestyle-Kundin von mir ist auch da. Die hat sich extra für Olympia-Tickets geholt. Und mit der werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen Zeit verbringen. Da freue ich mich mega drauf. Genau, aber ansonsten bin ich alleine. Ja, wir sind ja auch dort. Du weißt es schon, ich droppe die Bombe jetzt. Und wenn du Anschluss suchst, bist du natürlich immer herzlich eingeladen. Wir machen natürlich auch wieder was in Las Vegas. Da freue ich mich definitiv drauf. Ich freue mich, auch die Martina freue ich mich auch schon so. Das hat noch keiner gedroppt jetzt. Hat jetzt noch keiner gedroppt, dass Martina dabei ist. Aber Martina ist auch dabei, tatsächlich. Also auf dich freue ich mich schon auch. Aber auf die Martina auch sehr. Wir machen auf jeden Fall wieder was. Und ich freue mich. Das hat mich auch sehr gefreut letztes Mal. Das war auch ein Highlight deswegen, weil wie gesagt, du bist so positiv. Das steckt einfach an. Das ist schön. Anderen, die dann so miesepetris sind und kurz vor dem Wettkampf sind und so, soll ich jetzt noch zu euch fahren? Und dann, ja, wann soll ich da sein? Ja, ja. Und ich lese das so, okay, ich muss jetzt sofort das Auto bestellen. Ja, ja. Wann soll ich da sein? Ja, genau. Dann müssen wir das jetzt vor dem Wettkampf, geht das auch noch danach. Und wir können es ja auch in Deutschland machen. Mein Gott, wir sind jetzt hier in Amerika. Das ist doch voll was Besonderes. Ja, lass uns doch was machen jetzt so. Ja, ja. Das nervt mich immer ein bisschen. Ja, ja. Das ist halt Bodybuilding, gell? Ja. Boah, das war lang jetzt, aber war super, super, super interessant und hat mir richtig viel Spaß gemacht. Mir auch. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich mich auch. In diesem Sinne war es das mit einer weiteren Folge des Garnicus Podcasts. Macht's gut da draußen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.